Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist, boah, der 1. Januar 2020, ein Mittwoch. Ein Mittwoch, ja. Tatsächlich. Willkommen im Schaltjahr. Ja, Episode 47, die 1. Ausgabe dieses Jahres. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Don. Hallo. Ich wusste nicht mehr, was ich gesagt hatte. Das ist schon so ewig her. Und ich bin der Marco. Hallo. Ja, wir werden das Jahr beginnen, traditionell, mit dem Jahresrückblick, 2019 diesmal. Letztes Jahr haben wir den noch zum Ende des Jahres gemacht, am Silvester, am 31. Da haben wir da zu viel Zeit gehabt. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Jedenfalls haben wir es da einen Tag früher gemacht. Diesmal machen wir es am 1. Januar. Da haben wir es uns gemütlich gemacht. Draußen scheint die Sonne, obwohl es ziemlich kalt ist. Wir haben uns ein Teechen bereitgestellt und wir werden euch jetzt mitnehmen auf eine Reise durch unser Filmjahr 2019. Wie auch schon letztes Jahr beschränken wir uns dabei allerdings auf Filme, die wir in unseren vier Wänden gesehen haben. In den heiligen vier Wänden. Auf dem Sofa. Weil, wenn wir im Kino waren, wir ja in den meisten Fällen direkt darüber gepodcastet haben und in unseren Serien eintöpfen über die Serien, die wir gucken, ja auch immer mehr oder weniger regelmäßig berichten. Insofern, um euch nicht zu langweilen, erzählen wir euch eben über die Filme, die wir sonst so gesehen haben. Und sonst so haben wir auch einiges gesehen. Und nicht besprochen haben bis jetzt. Genau. Wobei, ich muss kurz einhaken. Wir haben ja Star Wars gesehen. Ja, Star Wars war der letzte Kinofilm. Den haben wir auch traditionell nicht besprochen. Den letzten haben wir auch nicht besprochen. Ja, das stimmt. Der kriegt irgendwie nie einen Podcast. Nein, hat er sich nicht verdient. Prinzipiell hätte man schon podcasten können, aber wir haben Star Wars auch wieder traditionell. Den letzten haben wir nicht gesehen zusammen, oder? Doch. Auch? Sicher? Ja. Okay. Ja, wir haben den auch wieder mit ganz lieben Freunden von uns geguckt und haben hinterher hitzig diskutiert. Waren uns aber ziemlich einer Meinung, glaube ich. Ja. Und dass wir ihn nicht so toll fanden. Wie dem auch sei, es geht heute nicht um Star Wars. Nein. Es geht heute um einen Jahresrückblick. Genau. Und wie auch schon im letzten Jahr, möchte ich den Jahresrückblick beginnen mit ein paar statistischen Daten zu unserem Podcast. Ui, ui, ui. Genau, da habe ich mir nämlich wieder ein bisschen was rausgeschrieben. Jetzt habe ich hier nur die Seite verblättert. Das habe ich wieder ganz toll gemacht. Ah, da sind wir. Und zwar haben wir letztes Jahr veröffentlicht zwölf Episoden. Ja, im Vergleich dazu, 2018 waren es 19. Ui. Es waren die Episoden 35 bis 46. Und die drei Spitzenreiter waren auf Platz 1 die Episode 39 zu Avengers Endgame mit 437 Downloads. Super. Auf Platz 2 die Episode 37 zu Captain Marvel mit 361 Downloads und auf Platz 3 die Episode 42 Spider-Man Far From Home mit 360 Downloads. Ui, ui, ui. Ich sage bewusst Downloads. Das heißt nicht, dass wir so viele Hörer haben. Das ist halt einfach ein Messwert, den unsere Software da ausspuckt. Ja, ist halt so oft runtergeladen worden. Ob und wie lange die Episoden dann tatsächlich angehört wurden, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist ein leichter Aufwärtstrend zu bemerken. Das heißt also, wir werden offensichtlich von immer wieder mal ein paar mehr Leuten gehört. Das freut uns ordentlich. Falls ihr uns noch nicht so lange hört, herzlich willkommen da draußen. Wir sind Cut. Wir sind Cut. Wir haben jetzt insgesamt, also vom Anbeginn der Aufzeichnungen an, 47 Episoden inklusive der Nullnummer aufgezeichnet. Das sind im Schnitt, dauern unsere Episoden eine Stunde, 15 Minuten und 12 Sekunden. Insgesamt kommt man jetzt auf eine Laufzeit von 2,5 Tagen. Also uns kann man jetzt quasi 2,5 Tage ununterbrochen am Stück hören. Wow. Wer auch immer das will. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Und im Durchschnitt haben wir alle 19 Tage eine Episode veröffentlicht in den letzten Jahren. Und das finde ich ist auch ein guter Schnitt. Ich bin jetzt auch nicht enttäuscht über die 12 Episoden, weil eigentlich finde ich so jeden Monat so eine Episode ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir waren auch relativ selten im Kino dieses Jahr. Ja, das stimmt. Es war aus unserer Sicht zumindest ein relativ schwaches Kinojahr. Insofern wundert uns das jetzt nicht. Nein, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich schon gern auch mehr ins Kino gehen oder ich würde gern mehr podcasten. Aber ja, manchmal ist der Stoff dazu einfach dann nicht da. Und wir schauen halt ziemlich viele Serien dann halt auch, wenn Filme dafür halt nicht hergeben. Also die Filmauswahl. Und ja, und so ein Serien-Eintopf, das ist natürlich auch die Vielzahl an Serien, wo wir schauen, dann ist das natürlich auch sehr komprimiert, das Ganze. Ja, wird auch wieder Serien-Eintöpfe geben. Auf jeden Fall. Wird auch nach wie vor Film-Episoden geben. Die nächste ist schon in Aussicht. Jetzt haben wir euch am Ende des Podcasts. Tickets schon gebucht. Genau. Ansonsten haben wir noch eine neue Statistik angeguckt. Und zwar sind wir ja auch auf Spotify verfügbar. Und die bieten jetzt auch für Podcaster ja auch so Statistiken an. Und da sieht die Verteilung ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, sondern da habe ich nur die Top 3 Episoden, die im Jahr 2019 quasi auf Spotify offensichtlich am häufigsten gehört wurden. Auf Nummer 1 ist die Episode 33. Und zwar war das zu Fantastische Tierwesen Grindelwalds-Verbrechen. Okay. Auf Platz 2 ist die Episode Nummer 41, nämlich unsere Jubiläumsepisode. Wir hatten ja dieses Jahr unser Jubiläum. Ja. Und auf Nummer 3 ist unsere vierte Episode zu Valerian. Krass, das finde ich jetzt echt… Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich warte eigentlich nur drauf, dass irgendwo mal in den Platzierungen der Joker dabei ist, aber… Nee, ich habe jetzt… Das waren jetzt die, die im Jahr 2019 am häufigsten gehört wurden. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, wie es jetzt da im Vergleich zu, weiß ich nicht, aussieht, zu unseren sonstigen Tools, die wir da so auswerten. Ja, das waren Statistiken zu Cut selbst, unserem Podcast. Wir beide sind natürlich ein Jahr älter geworden, ein Jahr klüger, zumindest erhoffen wir uns das immer. Ja, ich gebe dir Hoffnung nie auf. Also bei mir zumindest, du bist schon klüger geworden. Wieso? Du auch? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, und jetzt wollen wir uns mit unserem Filmjahr beschäftigen, mit unserem Heimkinojahr sozusagen. Wir haben da ein Tool, beide, das wir zum Tracken unserer Filme nutzen. Viele von euch Filmnerds da draußen dürften es bereits kennen, das ist Letterboxd. Die Links zu unseren beiden Jahresstatistiken sozusagen, die findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Könnt ihr euch auch selber mal ein bisschen durchklicken, falls es euch interessiert, falls ihr Letterboxd noch nicht kennt, geht hin, registriert euch. Ist ein tolles Ding. Wenn ihr auf Statistiken steht. Ich stehe total auf Statistiken. Ja, ich finde es auch immer wieder spannend. Ah ja, und diese Werbung wurde nicht bezahlt. Nein. Liebste dann ja. Wie viele Filme hast du denn 2019 geguckt? Da sind jetzt aber auch deine Kinofilme mit dabei, ne? Also unsere Filme. Ja, genau. Also ich habe insgesamt 125 Filme geschaut und das waren so 249,6 Stunden dieses Jahr. Genau. Bei mir waren es traditionell wieder etwas weniger, nämlich nur 112 Filme bei 228,7 Stunden. Liegt ja wie immer daran, dass es einfach immer wieder Gelegenheiten für dich gibt. Sei es jetzt durch meine Dienstreisen oder Spieleabende oder dergleichen, wo du mehr gucken kannst als ich. Genau, da sitze ich dann allein vorm Fernseher und weiß nicht mit mir anzufangen, dann schaue ich den Filmen an. Wobei ich ja dieses Jahr die Mission, meinem Bildungsauftrag nachkomme, meinen Töchterchen des Marvel Cinematic Universe näher zu bringen. Das stimmt. Also wenn ich jetzt die nicht geguckt hätte, ohne dich, die meisten, dann wäre ich ja noch weiter abgeschlagen. Was war denn der erste Film, den wir geguckt haben 2019? Das war gleich am 1. Januar und zwar der Bird Box, der Netflix-Film mit Sandra Bullock. Mhm. Genau. Und der letzte Film, den wir geguckt haben? Das war am 29.12. auch wieder Netflix, die zwei Päpste, The Two Popes. Richtig. Richtig. Insgesamt habe ich 36, also von diesen 112 waren lediglich 36 Filme, die tatsächlich auch 2019 erschienen sind. Okay, bei mir sind es 32 Prozent. Prozent hast du rausgeschrieben, nicht die Anzahl der Filme. Bei mir sind es 36 Filme. Achso. Naja. Waren es dann bei mir auch 32? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wie dem auch sei. Naja, ihr könnt euch das ja nochmal genauer nachlesen. Genau. Kommen wir zum Januar. Mhm. Uiuiui. Wie wir schon angekündigt haben, im Januar haben wir Bird Box, hat mit Bird Box begonnen, der mir relativ gut gefallen hat. Ja, ich fand den auch super. Ich fand den auch, also überraschend, also ich glaube von der Erwartungshaltung damals, die war jetzt nicht so groß, aber ich fand die Idee und auch die Umsetzung, auch das Spielen von Sandra Bullock, das fand ich fantastisch. Also das war wirklich. Ja, sagen wir mal, die Prämisse ist halt total Hanebüchen, also dass man halt das Böse oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, quasi durch Sichtkontakt infiziert wird oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Und somit müssen die Leute sich, wenn sie nach draußen gehen, immer die Augen verbinden. Und die Bird Box, der Name kommt glaube ich da, dass sie halt immer so einen Käfig mit Vögeln dabei haben, die so als Alarmsignal, so wie bei den Bergleuten damals gelten sollen. Ja, ich fand den auch, das ist eine Netflix-Produktion, ich fand den echt gut. Ja. Mochte ich. Also zumindest, also für den Januar war das halt. Das Highlight. Ja, das Highlight. Also mit, ich habe drei Sterne habe ich gegeben, das war, das war dann schon echt das Highlight. Ja, im Vergleich zu dem zweiten Film, den wir dann im Januar geguckt haben. Ja, ich habe noch einen dazu geschrieben, den hast du nicht mit angeschaut, den habe ich nur alleine geschaut, aber den musste ich dann einfach mit dazu schreiben, weil er halt genauso scheiße war. Du musst es echt so sagen. Wir haben dann Ende Januar nämlich nochmal was geguckt. Ja. Sag. Und zwar The Predator. Mein Gott. Also das war, also ich glaube The Predator, also einer der ersten Filme des Jahres und einer der letzten Filme des Jahres, das kann ich schon mal prophezeien, streiten sich hier um den Titel des enttäuschendsten Films des Jahres. Und The Predator gehört definitiv dazu, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also. Wir hätten den fast im Kino angeschaut. Wir hätten den fast im Kino angeguckt, weil er von Shane Black ist hauptsächlich und weil es so einem mir sehr, also einem Science Fiction Franchise gehört, das ich eigentlich sehr mag, hat aber in den letzten Jahren nichts mehr hervorgebracht, außer diese komischen Alien vs. Predator Dinge, beziehungsweise der letzte mit Adrian Brody, dieser Predators Film da, wo sie auf diesem Planeten. Ich glaube, der war ganz okay, oder? Der war ganz okay. Der war ganz okay. Ich hatte große Hoffnungen bezüglich Shane Black und Predator. Ich weiß. Der Trailer war ja auch gut. Und wir wurden bitter, bitter, bitter enttäuscht. Das war so ein Quark mit Soße. Also so ein schlechtes Drehbuch auch. Und auch die Sprünge, die Zeitsprünge und ganz, naja, also es war wirklich schlimm. Ja, und ich hatte dann noch dazu aufgeschrieben, den habe ich allein angeschaut, den gab es nämlich dann auf Amazon Prime, weil es gibt halt dann immer so ein paar Filme, wo du denkst, ja, also da möchte ich jetzt echt weder im Kino noch irgendwo auf Apple oder so dafür bezahlen. Und dann denkst du so, ja, jetzt guckst du dir halt mal an auf Amazon oder auf Netflix, wo man dann nichts extra mehr dafür bezahlen muss. Und das ist der I Feel Pretty mit der Amy Schumer. Ja, dein Blick schon. What? Schade, dass ihr das nicht seht. Hast du mir das gar nicht erzählt, dass du den angeguckt hast? Doch, doch, doch. Das hast du nur verdrängt über das Jahr. Du hast es mir verheimlicht. Nein, nein. Du hast dich geschämt. Nee, Quatsch. Ich stehe dazu. Das ist halt echt, ja, also, ja, keine Ahnung. Der Trailer war auch ganz okay und manchmal kann man sich ja auch mal so Filme anschauen, wo jetzt, da ist kein höherer Sinn drin, einfach so zum Berauschen. Beplätschern, beplätschern lassen. Und, ja, und ich weiß nicht, warum die Amerikaner so auf sie stehen. Ich finde sie furchtbar. Also, sie ist, erstens mal, ist sie echt eine schlechte Schauspielerin. Ich finde sie auch gar nicht lustig. Und ihre Körperfigur ist ja jetzt egal, aber sie ist auch gar nicht hübsch. Also, es gibt ja, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, weil sonst fällt es unter Bodyshaming. Nee, ich finde sie auch nicht lustig. Ja, sie ist auch einfach nicht lustig. Und, ähm, es ist wieder so Fremdschämen auf ganz hohem Niveau. Und, ja, da, da. Ja, sie ist halt so eine Slapstick-Komikerin. Nee, nee, nee. Das ist, also, ich liebe Slapstick, aber das ist nicht Slapstick, das ist einfach nur Fremdschämen wieder. Und ich, das ist auf, ja, so nach einer Stunde, dann denkst du so, oh. Aber dann geht's halt noch eine halbe und dann irgendwann wirst du erlöst. Ja, genau. Naja. Das war der Januar. Ja. Und dann kommen wir zum Februar, den haben wir sehr schnell abgehandelt. Weil wir im Februar tatsächlich zu Hause nicht einen einzigen Film geguckt haben. Ja. Ich glaube, der war aber serienmäßig ziemlich stark. Da müssten wir mal, hätte man jetzt mal parallel gucken können. Aber ihr könnt einfach davon ausgehen, dass wir nie, nie, nie nichts gucken. Ja. 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 Also, wenn wir halt jetzt keine filmstarken Monate haben, dann, ja. Haben wir da nicht Babylon Berlin nachgeschaut? Ich weiß nicht. Irgendwas haben wir da weggesuchtet wieder. Ja, weil das ist ja jetzt, jetzt kommt ja auch wieder im Januar, kommt ja erstmal auf Sky die dritte Staffel. Und dadurch, dass wir jetzt ein Sky-Ticket haben, ist es voll cool, weil können wir jetzt nämlich die dritte Staffel gleich schauen und müssen nicht warten, bis es im ZDF in der Mediathek dann ist. Ja. Oder, genau. Und ich meine, wir haben da Babylon Berlin nachgesuchtet. Also. Das kann sein. Zwei Staffeln. Großartig. Ja. Ja. Haben wir auch schon empfohlen in einem Serienleitopf. Ja. Ja, das war der Februar. Genau. Da waren wir, da waren wir nicht genau einmal im Kino, haben wir auch schon im Podcast besprochen. Und zwar war das Green Book, den wir da angeguckt haben. Ja, dann sind wir ja schon im März angelangt. Das ging aber schnell. Im März habe ich mir jetzt als Highlight rausgeschrieben. Das war, eigentlich waren das eher so mittelmäßige Filme, die wir zu Hause geguckt haben. Also gute bis, mittelmäßig bis gute. Mein persönliches Highlight war da Bohemian Rhapsody. Meine auch. Also das Biopic über den Queen-Frontmann Freddie Mercury, gespielt von Rami Malek. Den wir da nachgeholt haben, den wir nicht im Kino gesehen haben. Ja. 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 Und den fand ich okay. Also der war natürlich am besten, fand ich, bei seinen Auftritten. Und also alles, was mit Musik zu tun hatte. Ja. Alles, was mit der Musik an sich. Genau. Dramaturgisch eher mäh. Ja. Ja. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, weil die Kritiken jetzt nicht überschwänglich waren. Das war auch einer der Gründe. Also ich hätte damals schon gern auch im Kino angeschaut. Da haben wir irgendwie nicht geschafft. Und ja, also ich vergesse jedes Mal, dass ich echt so ein verkappter Queen-Fan bin. Also ich liebe ja wirklich die Songs. Und ja, und dann zum Schluss, wenn dann halt wieder Sean Musk onkommt, also das ist echt so ein Heullied. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal heulen muss, wenn es dann, weil das ist ja eigentlich so ein seiner, ja, das Lied kam, glaube ich, raus, wo er dann auch schon tot war. Ja. Also ich kann mich auch irren. Also wenn ich mich irre, dann schreibt mir das gerne. Und ja, und es ist irgendwie macht, also ich finde, dass der Mann an sich oder die Figur an sich, das ist so eine interessante Figur. Ja, ich fand aber, dass sie es nicht so voll beleuchtet haben. Also wie gesagt, die Musik, also wenn Bohemian Rhapsody eins schafft, dann ist es halt Lust, wieder Lust auf Queen-Musik zu machen. Das heißt, danach wurde auch gleich wieder Queen angeworfen. Rami Malek spielt hervorragend. An ihm liegt es auch nicht. Ich finde das Drehbuch halt ein bisschen schwach. Also das, ja, hat so kein, ich weiß nicht, hat mich jetzt emotional verhältnismäßig kalt gelassen, außer eben Musik. Ja, da wurde ja dann auch später, weil der, ähm, Monate später dann der Rocketman dann in die Kinos kam, den wir, glaube ich, jetzt nicht vorhaben, extra zu erwähnen, aber in dem Falle können wir es kurz erwähnen, weil wir den… Der kommt ja noch vor. Kommt ja noch vor. Haben wir doch dieses Jahr geguckt. Ja, ja, ich weiß, aber kommt der da noch vor. Also bei mir nicht. Bei dem nicht, aber wir können es ja erwähnen, wenn wir ihn geguckt haben, waren wir ihn geguckt. Na gut, dann schwenke ich wieder zurück. Okay. Zu, zu der Enttäuschung des März war für mich Bad Times at the El Royale. Oh, ja. Ähm, das, äh, Chris Hemsworth wird da ganz prominent, also wirbt mit diesem Film oder mit ihm wird geworben für diesen Film. Sieht erstmal ziemlich cool aus. Es spielt auch der Jeff Bridges mit und, ähm… John Hamm. Äh, John Hamm hat aber überhaupt nichts gehabt, was uns jetzt irgendwie abgeholt hätte. Er ist doch völlig abstrus, der Film irgendwie auch. Er hat auch keinen Spannungsbogen irgendwie, total strange Handlung, also, ja, also wir hätten mich jetzt stilistisch total abgeholt. Also, die, 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 die Trailer, die Werbung dafür, äh, irgendwie total so, so Neon, ja, so, sah so ein bisschen wie so ein Neon-Film-Noir aus. Also, weiß ich nicht. Aber hat seine, unsere Erwartungen einfach nicht. Nee, du hast den ja eh noch besser bewertet wie ich. Du hast den, glaub ich, zwei. Ja. Ich hab da, glaub… Ich bin immer ein bisschen gnädiger. Ja, ich hab da anderthalb oder so. Nee, anderthalb ist halt ein durchschnittlicher Film. Ja, bei mir ist drei immer Durchschnitt. Ne, drei ist gut. Ja. Für mich? Ja, nicht für dich. Es gibt ja nur fünf Sterne. Ja, ist mir wurscht. Und wenn du die Mitte davon legst, ist es durchschnittlich. In meinem Universum ist das gut. Also, durchschnittlich ist gut. Okay. Ein besseres Durchschnittlich. Hast du noch was? Hast du, äh, stimmen deine Ups und Downs quasi mit meinen überein? Absolut, absolut. Gut, dann, äh, let's move on zum April. Naja, was hast du denn im April für ein Highlight? Oh ja, also das ist wirklich einer der Highlights, finde ich, schlechthin. Der hat auch einen Oscar bekommen und den haben wir leider, leider auch nicht im Kino gesehen. Also, da wirklich leider, leider. Und zwar haben wir den, ähm, ja, dann auch blind gekauft. Und das war Spider-Man Into the Spider-Verse. Ist, äh, absolute Top. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, also, April und auch eines von den Top-Filmen im Jahr, weil das, also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Also, uns persönlich, ähm, ihr könnt das ja, ich muss, ich muss mir eigentlich immer die, die, ähm, die Mühe machen. Jetzt pass mal auf. Was machst du? Ich, äh, klapp mal die Episodenliste auf, damit ich, äh, unsere HörerInnen an, auf die Episoden verweisen kann. Ah, äh, wenn wir die besprechen. Ähm, und zwar, ähm, wo ist denn Spider-Man Far From Home? Weiter nach oben. Ja, der war danach. Ähm, aber den, den, äh, Spider-Man Far From Home, den wir später im Jahr besprochen haben, das war, ähm, so ein bisschen Episode 42, äh, kam im Juli raus, der uns ja so ein bisschen, naja, enttäuscht zurückgelassen hat, so ein bisschen. Ja. Ja. Und, ähm, unbeeindruckt zurückgelassen hat, ähm, falls es euch auch so geht und ihr, äh, Spider-Man Into the Spider-Verse noch nicht geguckt haben solltet, guckt den, das ist ein 3D-Animationsfilm, der, ähm, einen sehr eigenständigen Stil hat, einen sehr coolen, wie ich finde. Ja. Ja. Ja, muss man fast schon. Also. Wobei ich den ersten, der erste Spider-Man, ja, den Homecoming ja gut fand, aber trotzdem ist der besser. Ja, ist er auch, weil er ist halt erst einmal innovativer und das ist irgendwie, äh, wie so. Ja, der ist total innovativ, ja. Ja, total. Und es ist wie so ein LSD-Trip. Ja. Also, ich hatte noch nie einen. Also, ich denke, ich schämme es irgendwie so vor. Also, teilweise. Es ist nicht, ja, aber es ist jetzt nicht so gaga, es ist nicht so, so, äh, so Stroboskop, äh, so für die, für die Generation TikTok, äh, sondern es ist so, es ist, es ist tatsächlich, es ist einfach ein innovativer Look. Und, ähm, er ist schnell, das ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man. Aber es ist nicht anstrengend. So gar nicht. Toller Film. Ja, und auch die ganzen verschiedenen Ebenen. Ja. Ja. Ähm, du musst jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie spoiler oder so. Nein, ich höre jetzt auf. Also, auf jeden Fall schaut ihn euch an. Der ist ganz, ganz toll. Richtig. Ich habe mir noch ein Highlight notiert. Ich auch. Ja? Welches hast du noch? Ähm, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, von der Story her macht er, ist er immer noch dasselbe. Also, quasi, äh, armes Mädchen trifft reichen Mann und, äh, das ist halt Cinderella und, äh, Gott, was kommt dir jetzt? Ja, ja, aber ich, ich fand den ganz, ganz toll und irgendwie hat er es immer noch nicht in die, ähm, den gibt es immer irgendwo nur zum Laien oder zum Kaufen, aber noch nicht, er hat es noch nicht in die Läden geschafft. Und zwar ist das Crazy Rich Asians. Ja, den haben wir zusammen geguckt, ja. Ja, und ich war echt überrascht, wie, wie toll der ist. Also, hätte ich jetzt nicht erwartet und, äh, der hat, also mir persönlich hat er unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem halt auch, weil das, ähm, ja, das, das Thema, äh, Aschenputtel noch mal auf einer anderen Ebene halt gezeigt worden ist und es halt auch eigentlich unglaublich ist, wie diese Asians Crazy Rich sind, also, es ist, und es macht aber auch trotzdem Spaß. Ich fand, ich fand, ich fand halt, ähm, er gehört auf alle Fälle zu den, zu den besseren Rom-Coms, äh, wenn man sowas gucken mag, ist man damit gut beraten. Ja. Ich, ich finde, ähm, das, ähm, das, äh, halt, das Niveau der, der Gags, also, ich finde, dass nicht alle, äh, Gags so zünden, also. Ja, aber das ist bei Rom-Coms. Vor allem, ich finde halt irgendwie, das, das, ähm, also ich schaue ja gern ab und zu mal Rom-Coms, das ist, glaube ich, einfach so ein Frauending, aber es gibt einfach. Ich gucke auch gerne Gute. Ja, genau, aber es gibt weder Gute noch Schlechte, es gibt fast gar keine mehr. Das ist irgendwie dieses Genre. Das glaube ich nicht, es gibt wie Sand am Meer. Wieso? Die gibt's wie Sand am Meer. Ja, aber dann gibt's nur Schlechte. Genau. Die ich nicht sehen will. Dann einigen wir uns auf das. Ich glaube schon, also, da kommt's ständig, also, die gehen so an uns vorbei, weil die einfach, Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich. Weil die einfach so. Ja, aber das sind nur Deutsche. Nur die Deutschen machen so Rom-Coms jetzt. So ein ganzes viel Schweiger-Zeug da. Nee, der macht, nee. Ich glaube, das liegt nicht am Mangel, das liegt einfach am Mangel. Ja, okay, also der Letzte, wenn mir jetzt einfallen würde, ist Last Christmas mit der, einem Gesichtsklaut, mit der Emilia Clark. Das wäre jetzt der letzte Rom-Com, der mir einfallen würde. Ja, ich könnte jetzt gerne nachgucken, aber ich bin mir sicher, dass da mindestens jeden Monat ein neuer rauskommt. Ich achte mal drauf. Ja. Okay, na gut. Ja, doch, stimme ich dir zu. Crazy Rich Asians ist eine schöne Rom-Com, auch so ein bisschen interessanteres Setting einfach halt eben in Asien. Also, er übertreibt aber auch total. Ja, ja. Also, und das ist das, weil er treibt es halt echt auf die Spitze, das Ganze, weil das ist unglaublich. Und da gibt es ja auch, also das basiert ja auf einem Roman und. War das Ding. Ist, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich gewesen. Ja, war es auch, aber es kommt irgendwie nicht in die Heimkinos, keine Ahnung. Und, nee, ich habe mir eigentlich noch einen anderen Film rausgeschrieben, der mir sehr gut gefallen hat, der so das glatte Gegenteil von dem ist, was wir jetzt genannt haben, und zwar The Rider. Ah, ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz ruhiger, ähm, fast schon Kammerspielartiger Film über einen Rodeo-Reiter. Und der Typ, der den spielt, ist, glaube ich, auch Laiendarsteller, oder es sind alles Laiendarsteller. Ähm, der, also im Prinzip geht es halt um einen Rodeo-Reiter, der, dessen Hobby ihn körperlich einfach schon komplett ruiniert hat, der. Das ist nicht sein Hobby, das ist sein Beruf. Ja, oder sein Beruf. Der hat ja einen Unfall gehabt. Entschuldigung. Jedenfalls, äh. Jedenfalls verdient, also kann er halt nicht mehr, weil irgendwie auch Kopf, Kopfverletzung und, oder er soll nicht mehr und er ist aber so hin und her gerissen zwischen seiner Leidenschaft. Für diese, für diesen Sport, wenn man ihn so nennen will. Ja. Und der Vernunft. Mhm. Und er hat halt einfach unglaubliche Liebe auch zu diesen Tieren, die der Film sehr, sehr gut rüberbringt. Der ist so eine Art Pferdeflüsterer. Ja. Ja. Und, ähm, ja, man kann jetzt vom Rodeo halten, was man will, ja, ich halte es ein bisschen für Tierquälerei. Ist es auch, ja. Aber ich finde den Film trotzdem großartig, weil er eben, da geht es weniger um den Sport. Natürlich ist der vordergründig, aber es geht um die Figur, es geht um den Mann und seinen Kampf. Ähm, ich fand den sehr eindringlich, obwohl der extrem ruhig ist. Ja, sehr, sehr. Also, wenn ihr den anguckt, der ist, der schwelgt so ein bisschen in, in seinen... Nichts für die TikTok-Generation. Nein, in den Einstellungen, sehr ruhig, sehr langsam. Ich mochte den. Ja. Ich mochte den, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und, äh, The Rider. Ähm, meine Enttäuschung, deine Enttäuschung? Hast du eine aufgeschrieben? Ja, ich hab, äh, Unicorn Store. Ja, den hab ich auch. Unicorn Store, das ist der Film von und mit, äh... Brie Larson. Brie Larson. Und Samuel L. Jackson. Und, ja, keine Ahnung, warum wir irgendwie... Wahrscheinlich, weil wir noch in diesem Captain Marvel-Rausch waren. Wir mochten, wir mögen die ja mittlerweile ziemlich gerne, weil sie... Wobei mittlerweile, weiß ich nicht, ob ich sie... Captain Marvel einfach sehr, 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 sehr cool verkörpert. Ja, aber... Aber Frisur. Ja, Frisur. Ja, 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 doch. Ich hätt mich aus dem Drehbuch ausschreiben lassen mit der Frisur. Jedenfalls, äh, Unicorn Store war irgendwie total strange. Ja, na, war langweilig. Also, ein Film kann ja strange sein, aber... Vielleicht haben wir ihn einfach nicht verstanden. Meinst du? Ich hab keine Ahnung. Ich mochte den nicht. Also, ich fand den total strange. Also, es kann sein, dass der irgendwie auf der Meta-Ebene irgendwas erzählt, was ich nicht geschnallt hab, aber da hat er mich schon verloren. Ja, nein, ich fand's furchtbar. Hast du noch was im April? Nein. Dann gehen wir weiter zum... Mai? Ja. Was war denn im Mai Schönes? Dein Highlight? Mein Highlight. Boah, da haben wir viel geguckt, der Mai. Mai haben wir wirklich viel geschaut. Das war dann gar nicht so einfach, aber, ähm, also das, was ich am besten bewertet hatte, das war Love, Simon. Mhm. Love, Simon, ähm, ist, ja, wie nennen wir es denn? Eine Dramödie? Coming, coming out. Coming of... Coming Out, du haben wir. Also, Dramödie. Dramödie, ja. Genau. Also, da geht's halt um den Simon, der, ähm, wie es halt immer so ist im Teenager-Alter, da geht dann die Schere auseinander, entweder man ist halt hetero oder man ist homo. Ja, und er ist halt homo und will sich's irgendwie nicht eingestehen. Und, ja, da geht's im Prinzip um so eine Art, naja, Brieffreundschaft, wer ist früher gewesen? Ja. Jetzt ist es so eine E-Mail-Freundschaft, die er auch zu einem Jungen an seiner Schule offensichtlich hegt und, ähm, von dem er aber nicht weiß, wer es ist. Und der Film spielt halt auch so ein bisschen damit, ähm, dass er nicht weiß, oder dass man als Zuschauer auch nicht weiß, wer das ist, verliebt sich auch so ein bisschen in ihn. Und der Film geht wahnsinnig erfrischend mit diesem Thema um. Das stimmt. Ganz, ganz charmanter Film zum Thema Coming Out. Ja. Ja, auch sympathische Darsteller. Ja, wirklich durch die Bank, ja. Also, genau. Ja. Ja, wir haben, ich hab mir noch einen notiert, den hattest du aber schon gesehen, den wird ja, den hab ich noch besser bewertet als, ähm. Ja, ich seh's gerade, hab ich den gar nicht bewertet? Als Love, Simon und zwar haben wir geguckt, äh, einen, hab ich einen Film nachgeholt, der eigentlich, äh, unverzeihlich lange auf meiner To-Watch-List stand und zwar ist das There Will Be Blood mit, ähm, Daniel Day-Lewis, der ja irgendwie, weiß ich nicht, so alle fünf Jahre mal einen Film gemacht hat, aber jeder eine Perle ist. Und der Mann ist einfach eine Naturgewalt, ja, ähm, auch der, aber auch der, der, wie heißt der, den, sein, Paul Dano, Paul Dano, 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 okay. Der ist, äh, wirklich, wirklich, gut, hab ich sogar reingeschrieben, meine Kurzkritik, Daniel Day-Lewis ist eine Naturgewalt, haha, ähm, ich glaub Paul Dano heißt er. Sehe ich jetzt nicht. Den hab ich, ähm, das war mein persönliches Highlight, äh, ist halt schon ein ziemlich, Paul Dano, ja, ein ziemlich alter Film, oder verhältnismäßig alt, ähm, der stammt aus dem Jahr 2007, dürfte die meisten von euch jetzt nicht überraschen, dass das ein großartiger Film ist. Ich hab noch ein Highlight, ähm, auch ein noch älterer Film. Mein Gott. Und zwar aus dem Jahr 1940. Ich hab zum ersten Mal Der große Diktator gesehen. Ja, haha, stimmt. Den hab ich ja gekauft. Den hast du gekauft? Ja. Aua. Also du dich wieder angehauen. Okay. Äh, und zwar mit, ähm, ja, mit, mit dem großartigen Charlie Chaplin. Ja, der ist Wahnsinn. Der ist super. Der ist super lustig auch. Der ist für, ist seiner Zeit vor allen Dingen auch so weit voraus, ähm, und auch im Kontext der Zeit, äh, sehr mutig, fand ich, äh, und irre lustig. Also Große Diktator ist, ist eine dicke Empfehlung. Das ist mal ein Klassiker, der wirklich, wirklich zeitlos ist und, und immer noch gut anzusehen ist. Was war denn deine, was war denn deine größte Enttäuschung? Ich hab, ich hab so eine Ahnung. Hast du schon rübergespiegelt? Nein, aber ich hab so eine Ahnung. Äh, ich wollte nur nochmal kurz nachschauen, weil der große Diktator, den heißt doch tatsächlich genauso wie Love Simon. Genau, also der wäre eigentlich, stimmt, ich hab den, aber weil wir jetzt echt im Mai so viel geguckt haben. Also meine größte Enttäuschung im Mai, das war, und da könnte ich mich immer noch in den Arsch beißen, dass ich den gekauft hab, weil ich mich hab hinreißen lassen von so vielen Aussagen wie, oh, der ist so toll, der ist so toll. Und, äh, ich mach's kurz, das ist Aquaman. Sag ich doch, ich hab ne Ahnung. Ja, genau. Das steht auch bei mir als größte Enttäuschung. Und ich hab den eigentlich mit zwei Sternen eigentlich viel zu gut bewertet im Nachhinein. Und ich glaub, ich hab den auch nur der Technik. Der Schauwerte wegen. Der Schauwerte wegen. Aber den hab ich sogar schlecht so bewertet als du. Ja. Mit anderthalb Sternen. Ja, ich hab zwei und ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich wegen der Unter-, ich glaub wegen der Unterwasserwelt. Wenn was, äh, ja. Aber der ist auch so gaga. Der ist so schlecht, ey. Also ich kann irgendwie nicht verstehen, dass man das dann gut findet. Also das ist, naja, aber da kommen wir noch zu einem anderen Film. Ja. Aber seit Batman, seit Batman, äh, hat DC, äh, sag mal außer Wonder Woman, äh, eigentlich noch nichts mehr zustande gebracht. Ähm. Ist Joker, läuft das nicht unter DC? Ja. Schon. Okay. Aber das läuft immer ganz unter ferner Liefer. Ja, das ist wieder außen. Ähm. Aber das, mit, mit diesen beiden Ausnahmen, also alles, was da ist, jetzt aus dem Justice League und, und Batman und, also ich find das furchtbar. Furchtbar. Ja, auch so die Optik und alles. Also so. Ja. So quietscherbunt und. Ja, so, das war eigentlich der Grund, warum ich das dem, aber irgendwie passt das auch gar nicht. Das ist alles so sauber. Ja, das lag aber jetzt, das hat mich jetzt auch gar nicht so gestört. Das mag, mag ja jeder für sich. Mhm. Das Stil ist ja das eine, aber so die, das Drehbuch, die Dialoge, das ist einfach so abgrundtief dämlich, ja. Wenn ein Film einfach wehtut, die Intelligenz des Zuschauers beleidigt, das ist nichts mehr für mich. Ja, aber der, das Problem ist ja immer, dass, dass unter der Intelligenz, also wenn wir jetzt sagen, das würde unsere Intelligenz beleidigen. Nee, nicht unsere. Die Intelligenz des Zuschauers. Ja, aber und, aber wenn dann andere, dann so viele Leute, weil wir kommen später nochmal zu einem Film und da sind so viele dabei, wo dann sagen, der ist gut. Ja, vielleicht sind wir halt einfach. Ich sag aber nicht, dass ich, ich würde mich jetzt nicht mal als intelligent. Nein, das würde ich nicht bescheinern, aber vielleicht haben wir einfach. Besseren Geschmack? Nein. Wir sind jetzt auch in einem, in einem nicht meine oder unsere Art von, von Film. Da, die unterhalten uns halt nicht mehr. Nee, nee, echt nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn sie sich dann auch so ernst nehmen. Das ist ja das Hauptproblem. Also ich habe ja jetzt nichts gegen irgendwie Tumbe Action, ja, wenn die Filme sich nicht ernst nehmen. Ja, und das, das tun sie halt viel zu oft und dann wird es halt einfach total lächerlich. Ja, ja. Naja. Wie dem auch sei, wir reden viel zu lange über einen viel zu schlechten Film. Ja, das stimmt. Also. Warkommen. Genau. Hast du noch was im Mai? Oh, da haben wir schon viel geguckt, aber ich habe jetzt dann. Ja, ich habe, ich auch noch. Ja, wir haben noch geguckt, vielleicht so, so ehrenwerte Erwähnung, falls ihr noch nicht gesehen habt, falls ihr auch wie wir schon extrem Transformers müde seid, lasst euch bitte Bumblebee trotzdem nicht hingehen. Ja. Bumblebee ist nämlich ein unerwartet unterhaltsamer Spross aus dem Transformers-Universum, den ich echt schön fand. Liegt auch viel an der Hauptdarstellerin, finde ich. Die Chemie, also ich fand die gut. Ist jetzt, er findet das Rad auch nicht neu, aber schraubt so ein bisschen die, wie sagen wir so, die Größe der Transformers-Filme nehmen wir so ein bisschen runter auf eine etwas persönlichere Geschichte, mochte ich. Ja. Also was wir auch sehr mochten, das war 25 kmh. Ja. Deutscher Film mit Piane Madl und Lars Eidinger. Und was ich auch noch super fand, vielleicht haben den auch den einen, das war Hostiles, mit Christian Bale, wo er diesen... Den hast nur du gesehen. Hostiles. Mit dem Indianer und dem, den haben wir zusammengeschaut. Ach, da ist er. Ja. Ja, doch, doch, das ist aber auch wieder was Ernsteres. Ja, nein. Ja, doch, doch, doch. Hostiles mit Christian Bale, wo er so diesen Indianer-hassenden Colonel im Wilden Westen da spielt, der dann aber einen Indianer irgendwie in seinen, zum Sterben in seine Heimat geleiten soll. Ähm, ja, ich sag mal, ich fand den wahnsinnig gut gespielt. Ich meine, der Christian Bale, der kann alles spielen, der kann an einem Badewahl in Stöpsel spielen und macht das Oscar verdächtig. Aber ich fand den wenig überraschend. Also der, also der hat mich jetzt, der hat mich jetzt auch nicht so mitgerissen. Das war eher so eine Faszination am Schauspiel, als dass mich der jetzt emotional und, und auch dramaturgisch mitgerissen hat. Ja. Aber er ist gut, er ist ein guter Film. Ja, gut. Dann machen wir schon weiter. Ja, dann kommen wir zum Juni. Oh Gott, da haben wir noch mehr geguckt. Mhm, ja. Was war denn dein Highlight im Juni? Oder deine Highlights vielleicht? Ja, ähm, ich glaub, da muss ich, glaub, doch euchs mal ein bisschen ausholen. Ähm, also es sind doch mehrere gewesen. Also absolutes Highlight fand ich, das war, äh, Ralf Reicht, also die Fortsetzung von Ralf Reicht, äh, Chaos im Netz. Warum auch immer. Warum auch immer der Chaos im Netz heißt? Englisch heißt ja Ralf Breaks die Internet. Und das ist halt wirklich sehr, sehr witzig und ja, auch, ähm, fantastisch wieder gezeichnet. Ja. Also animiert. Ja. So muss man ja sagen heutzutage. Und die Figuren, die sind halt einfach toll. Also es ist eins der besseren, ähm, 3D-Animationsfilme. Ja, genau. Definitiv. Ja. Also Ralf Breaks Internet ist, äh, ist wirklich eine gelungene Fortsetzung. Also wenn ihr den ersten mochtet, den, falls ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Er ist großartig. Ähm, und, äh, Ralf Breaks Internet ist definitiv ein würdiger Nachfolger, der, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich glaube, der mit am höchsten bewertete Film in meiner Liste im, ja, ist auch, äh, Ralf Breaks Internet. Definitiv. Ich hab den sogar zweimal geguckt. Ich hab den dann, glaube ich, mit, äh, meiner Tochter nochmal zusammen geguckt. Ähm, aber dicht gefolgt, äh, den ich noch nicht kannte. Äh, und zwar, äh, My Neighbor Totoro. Mhm. Den, also Totoro von, äh, dem Studio, äh, Studio Ghibli. Mhm, ja. Das sind ja diese japanischen Animationsfilme, ähm, die ja berühmt sind für, was ich, das Schloss im, ähm, das Schloss im Himmel. Das Schloss im Himmel und Prinzessin Mononoke. Mononoke und Shihiros Reisens, wer und so weiter kennt ihr. Und Totoro ist unglaublich charmant. Ja, das ist schon süß, ja. Also das, ich jetzt, ich hab ja meistens immer so ein bisschen Probleme mit dieser Art von, von Filmen, die, die machen normal nichts mit mir, aber Totoro hat mich da echt, hat mein Herz im Sturm erobert, den fand ich echt total lustig. Ja, aber Totoro einfach toll ist. Ähm, dann haben wir noch was geguckt, der zählt jetzt nicht zu meinen größten Enttäuschungen, allerdings wurde ich etwas ernüchtert. Ich dachte nämlich, so, nachdem wir ja im letzten Monat mit, äh, Devil Beep Blood auch einen Daniel Deleuys-Film nachgeholt hatten, oder ich nachgeholt hatte, den ich großartig fand, dachte, naja, dann schließt du die letzte Daniel Deleuys-Lücke und guckst dann halt endlich mal den letzten Mohikaner, den ich noch nicht kannte tatsächlich. Auch den, der ist damals komplett an mir vorübergegangen. Und da muss ich allerdings sagen, das ist halt schon 90er. Das, der, also, da tat ich mich schwer mit. Ja, also, ich, ich hab ihn schon so oft gesehen und ich mag halt einfach die Geschichte und es ist natürlich auch eine Romanze halt drin. Aber wenn du den jetzt zum ersten Mal siehst. Ich weiß, aber dadurch, dass ich ihn schon so lange nicht mehr gesehen hab und dann die Sehgewohnheiten dann sich auch schon wieder so ein bisschen anpassen und, äh, und ja, und auch, dass viele Serien gucken, das trägt halt auch wirklich dazu bei, finde ich. Ähm, also, man muss ja immer dazu, natürlich, wenn ich jetzt jede Woche, äh, Navy CIS schaue, dann, ähm, wird sich mein Serien, ähm, oder mein Film oder mein Serienempfinden wird sich da nicht großartig ändern. Es tut mir leid, aber so ist es halt einfach. Das sind keine Serien, ähm, ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Also, nicht, nicht, nicht auf dem Niveau, das heute möglich ist. Nein, genau, nicht, also, einfach von den Geschichten erzählen und allein deswegen ändern sich ja dann auch so die Sehgewohnheiten und natürlich ist dann so ein, äh, der letzte Mohikaner, ja, dann verliert er natürlich, weil, äh, für die damalige Zeit, glaube ich, schon. Ja, klar, der ist ja damals auch, äh, ja, gehypt und, und, was heißt, gehypt, also gefeiert worden am Ende und, ähm, natürlich verliert er dann halt auch leider. Also, es gibt Filme halt einfach, die alter nicht gut. Ja, also. Und da gehört er halt dazu. Finde ich, also, was eigentlich komisch ist, weil die Materie oder die, die Handlung eigentlich zeitlos, äh, sein müsste. Ja. Aber ich finde, er hat irgendwas, äh, inszenatorisches, ähm, was so Schnitt, auch Geschwindigkeit, Einsatz von Musik betrifft, der, der so, der so, ja, so ein bisschen altbacken wirkt. Ja. Ja, aber, also, ich finde immer noch, äh, ich meine, er ist großartig, ich meine, Daniel DeLuis, wie immer, äh, aber, so, aber ich bin daran froh, dass du es auch gemerkt hast, äh, weil du hast den Film ja auch über den Klee gelobt, ähm, ist, aber trotzdem irgendwie strange, den heute zum ersten Mal zu sehen. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, so im, im Nachgang würde ich jetzt wieder sagen, würde ich ihn jetzt besser finden. Wenn ich jetzt nochmal anschauen würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich wieder schlechter finden. Also, da ist schon viel Nostalgie auch und, äh. Verklärter Blick auf die Vergangenheit. Verklärter Blick auf, auf manche Filme, ähm, ja, weil die halt einfach, äh, zu, zu einem gehören irgendwie und der letzte Mohrikaner. Das ist halt, äh, gehört irgendwie auch dazu. Also, da haben... Es ist halt einfach, es gibt leider irgendwie die ganzen, es ist halt auch so ein typischer Abenteuerfilm mit einer, ja, auch ernsten Botschaft und das gibt's irgendwie auch nicht mehr so, so typische Abenteuerfilm. Aber ich glaube, da waren wir so auf dem, auf dem Klassiker-Trip oder aus Filme aus der Vergangenheit, äh, nämlich ein Film, den ich sehr, sehr, sehr liebe, aus meiner Jugend oder, oder, äh, in der Erwachsenenalter haben wir nämlich auch geguckt und das war Father of the Bride, also Vater der Braut mit Steve Martin. Den kannte ich noch nicht. Den kannte ich noch nicht. Von 1991 ist es auch, ähm, ein Jahr vor, ähm, letzte Mohrikaner und den lieb halt ich. Ja, und der hat mich jetzt auch nicht, ja, er ist schon schlau, aber... Der ist halt süß und der ist halt lustig und ich mag den, ich mag die Figuren. Ich hab den schon so oft gesehen, äh, Father of the Bride, die, äh, die, den zweiten Teil, den könnte einfach, der existiert für mich einfach nicht mehr. Der ist, den finde ich furchtbar. Aber der erste, finde ich, ist auch so eine schöne Mischung aus... Also ich finde, dass der halt ständig so schön ans Herz geht, weil er halt so schön zeigt, wie das halt so ist, wenn man halt Kinder, die erwachsen werden und dann plötzlich jemanden kennenlernen und man nicht mehr die wichtigste Person im Leben ist. Und, äh, ich mag den einfach. Der ist einfach schön. Da wird ja einiges auf dich zukommen. Ja, wahrscheinlich. Tolles Ding. Aber, was war denn deine größte Enttäuschung im Juni? Ich dachte eigentlich noch ganz kurz als Highlight, dass man noch, ähm, To Be or Not To Be erwähnt, den wir ja auch zusammen geschaut haben und der mit, äh, eigentlich auch ganz gut bewertet worden ist. Und zwar ist das ja auch ein, ein Klassiker. Ja, der 1942-Überleger, wie heißt denn der auf Deutsch? Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Mhm. Ey, ich kann mich jetzt null an den erinnern. Das ist doch mit diesen Schauspielern, wo sie dann halt da in, 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 ist das in Prag? Wo sie da in diesem Theater... Ach, mit diesen Nazis. Ja, genau. Ja, 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 ja. Stimmt, 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 stimmt. Der ist auch super, der ist auch super lustig halt auch. Ja, wo so eine, so eine Schauspieltruppe, ähm, quasi irgendwie sich, äh, in, in, ja, in so einem Spion, in so einem polnischen, ach, der spielt auch in Warschau, oder? Ja, in Prag oder Warschau. Ja, ich glaube Warschau war es. In den Zeiten des, des, äh, des Naziregimes. Auch ein relativ mutiger Film für die Zeit, finde ich. Also was jetzt so die, die Kritik am Naziregime betrifft, ja. Ähm, Ernst Lugic hat da Regie geführt. Ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder, ja klar. Klar. Ähm, jetzt dein... meinen Flop, ja, den habe ich alleine geschaut. Und zwar war das der Nussknacker und die vier Reiche. Der Blick, ja. Dieser leere, nichts an den Blick. Was ist das? Ist das Fantasy? Nein, du kennst nicht die Geschichte vom Nussknacker. Das ist ja eigentlich, keine Ahnung, ist es jetzt dieses Ballett oder ja, auf jeden Fall ist halt dieses Mädel ist dann halt irgendwie. Abenteuer. Ja, Fantasy, ja, Fantasy halt, genau. Und dann ja, ihr Vater mit Liebner und die ganzen, und hat halt mit ihren Geschwistern und die Mutter ist halt tot und oh, oh, oh und sehr tragisch und die Mutter war halt was ganz, 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 ganz was Besonderes. Also die ganz große Mutterfigur und ja, dann werden sie halt irgendwie eingeladen und dann wandert sie, kommt sie irgendwie in dieses Reich, in diese vier Reiche und muss dann halt da wieder alles retten. Also es ist so ein bisschen im Stile von Alice im Wunderland. Okay. Nicht ganz so abgedreht, aber ja, ich weiß auch nicht. Also hat er mich auch richtig kalt gelassen. Also das war auch, ich meine, das Spiel der Akira Knightley spielt mit, die Helen Mirren spielt mit, der Morgan Freeman. Also das ist schon Größen auch dabei. Das ist, soll ja eigentlich so ein typischer Weihnachtsfilm sein. Aber habe ich nicht mitgenommen. Überhaupt nicht. Also die Kostüme sind toll, das Setting ist toll, aber das war's dann auch schon. Ja, und das fand ich schon sehr enttäuschend, weil ich so eine Art von Film schon mag. Meine Enttäuschung war eigentlich ein Film, den wir zusammen geguckt haben und der eigentlich deswegen für mich so enttäuschend war. Weil ich ihn ausgesucht habe? Nein, weil er im Vorfeld, also irgendwie wussten wir es, glaube ich, was uns der nicht gefällt, weil wir den lange Zeit vor uns hergeschoben hatten, der aber seinerzeit sehr viel Lorbeeren geerntet hatte. Er spielt Armie Hammer mit. Ich weiß. Und zwar Call Me By Your Name. Und Call Me By Your Name ist ja auch so ein bisschen, ja, so, auch so eine Coming Out, Coming of Age, Coming Out Geschichte eines jungen Schwulen oder eines Jungen, der halt gerade raus, seine Sexualität quasi gerade so ein bisschen entdeckt. Und das spielte ja auch irgendwie, wo spielt das irgendwie der Toskana oder? Ja, ich glaube, es ist die Toskana. Was, was die Eltern da für eine Studienreise oder ich, ich weiß es nicht genau. Und dann kommt so ein junger Student und er verliebt sich in den. Und das sind alles tolle Bilder. Musik ist toll. Musik ist toll. Aber auch hier, der hat mich halt emotional null mitgenommen. Absolut null abgeholt. Vor allem, der ist so langweilig gewesen. Ja, der ist sehr langatmig. Ja, das fand ich auch, also, weil der ist ja auch so ein typischer, war ja auch so ein typischer Oscar-Film und da spielt der mit und der ist nominiert und das ist nominiert. Und ich glaube, das Song, der Titel-Lied hat, glaube ich, hat dann auch einen bekommen. Ich weiß nicht. Timothy Shalamet spielt den. Ja, das ist ja der. Elio. Der junge, heiße Scheißgrad. Der spielt im Übrigen Paul Atreides in der Dune-Verfilmung. Ah, cool. Ja, also ich finde den super. Das ist ein toller Schauspieler. Ja, ist er ja auch. Aber ich mag, also den Film fand ich halt irgendwie öde. Ich wollte eigentlich immer die ganze Zeit The King mit ihm anschauen, aber das ist halt. Und Little Woman würde ich eigentlich auch gerne schauen. Der läuft gerade im Kino. Naja. Filme, die ich wieder anschauen. Aber du kannst meine Enttäuschung nachvollziehen. Ja, absolut. Aber ich habe, der Nussknacker hat es halt nochmal geschafft, noch schlimmer zu, also noch enttäuschender zu sein. Ja, manchmal bin ich froh, dass du Zeit hast, Filme alleine zu gucken. Ja. Ich kann es ja nicht so. Ja, genau. Ja, dann sind wir auch schon beim Juli. Was war denn dein Juli-Highlight? Also ich fand gleich vorweg den Juli irgendwie ziemlich durchwachsen. Also so mittelmäßig von den Filmen her, die wir geguckt haben. Ich habe mich da echt hart getan, ein Highlight rauszupicken. Ich auch und ich habe, ich glaube, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, das Highlight war für mich Weiss. Also haben wir auch nicht im Kino gesehen. Weiss ist ja der, wo der Christian Bale wieder mal sich verwandelt in einen hässlichen, alten, dicken, weißen Mann. Und der Sam Rockwell und George Bush. Super. Also es ist ganz toll. Ja, das geht so in Richtung. Ist ja auch von dem selben Team, glaube ich auch. Die Dings gemacht haben. The Big Short. The Big Short, der ja auch großartig ist, ist auch genau, also vom Stil her geht der in die Richtung. Ja, ist ja auch von denen. Ja. Genau. Also. Das heißt ja nicht, dass der genauso ist, aber er ist genauso. Okay. Ja, 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 dadurch, dass das viel Mittelmaß, also das war ein guter, ein solider Film. Solider ist ja auch so ein kleiner, kleiner guter von Scheiße ist. Nee, ist, ist, mehr kann man dazu nicht sagen. Ist jetzt kein Highlight wie The Big Short. The Big Short war deutlich besser. Nein, der war deutlich besser, ja. Ich habe mir allerdings den zweiten, äh, soliden Film rausgepickt, einfach weil ich ihn origineller fand und es war Cold Pursuit. Ähm, wie hieß der? Auf Deutsch. Ähm. Oh mein Gott, ja. Ähm, ähm, Hard Powder. Ja, genau. Oder? Ja, ja, genau. Das ist super. Das ist, ähm, man erwartet. Der war viel besser. Man erwartet eigentlich so diesen, fuck, wie soll ich denn? Diesen jährlichen, ähm, Liam Neeson Action, ne? Ja, 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 aber. Aber man bekommt einen sehr schrulligen, ja, ja, ähm, total abstrusen, schwarzhumorigen Mix, ähm, wo schon der, der, ähm, Liam Neeson so ein kleines bisschen auf, auf Rache, äh, geht. Ja, ein bisschen. Aber halt nicht in diesem typischen, ähm, I will find you and I will kill you. Ja, explodiert jetzt halt nicht so viel. Ne, ne, ich fand den, ich fand den, äh, ziemlich cool. Ja, ja, also muss ich jetzt auch nochmal hier, dann ist das eindeutig, äh, der Top, der Top-Film vom Juli, muss ich auch sagen, eindeutig. Also ich fand den sogar besser, wie war es? Vor allem, weil ich halt so. Der heißt auf Englisch Cold Pursuit und auf Deutsch heißt der Hard Powder. Ja, das sehe ich auch nicht. Ja. Vor allem halt, warum tut man was Englisches in was anderes Englisches übersetzen, was nichts miteinander zu tun hat? Ne, das ist. Muss man nicht verstehen. Ja, das spielt, ja, er spielt einen Schneepflugfahrer, ähm, und, äh, dessen Sohn halt irgendwie Opfer eines Gewaltverbrechens wird und er versucht. Das ist ja auch nochmal eine Neuverfilmung, dann gibt's ja auch nochmal eine, entweder finnisch, dänisch, schwedische. Ja, das ist, klingt danach. Irgendwie so, genau. Also man merkt dann, man merkt dann auch gleich, äh, was da für ein, ähm, für eine Art von Humor da halt, ähm, mit, äh, und das ist halt absolut schwarzer Humor, auch, äh, wie es zwischen den Einzelnen, ja, also ist, er ist ja echt auch gut gemacht, also. Ja, aber er ist, er ist wirklich, wenn ihr da reingeht mit der Erwartung, ihr bekommt jetzt eure Dosis, äh, Liam Neeson Action, dann werdet ihr häufig, also schwer enttäuscht werden, weil er wirklich anders ist. Er ist wirklich, wirklich anders. Finde ich jetzt nicht. Doch. Ja, ein bisschen anders, aber denn Liam Neeson ist ja jetzt nicht so dieser typische, ähm, ähm, jetzt explodiert jetzt gleich alles um mich herum, Actionheld. Ja, aber das ist ja doch seinen, seinen jährlichen Rachefilm, das ist doch, ob das jetzt, oder Actionfilm, ob das jetzt der, der im Zug war, der Commuter, oder, oder Taken 1 bis 3, oder. Aber Commuter war ja überraschend auch gut. Ja, die ganzen Takenfilme. Ja, aber das ist ja, aber Commuter ist wieder typischer, den Nissen Action. Nee, dann geht es eigentlich mehr in die Richtung. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Filme gesehen. Nein, wieso? Der ist doch, der ist der Actionanteil mini, der ist total skurril, ganz komische Handlungsspränge. Ja, das ist ja nur, das, was du bei Commuter noch weißt, ist dieses sehr, sehr, äh. Bescheuerte Finale. Genau. Und, aber ansonsten geht der Film, ist ja, der ist ja auch ein Kammerspiel. Nee, was ich sagen will, ist, dass die typischen, die im Nissen Actionfilme im See geradlinig sind. Ja, klar. Ich glaube, wir haben nicht mal alle gesehen, gell? Äh, nee, bei weitem nicht, macht er viele. Aber der ist anders, das will ich eigentlich damit sagen. Ja, ist er ja auch, das sage ich doch auch. Und deswegen, ja, war das mein Highlight. Jo. Enttäuschung? Ja, da habe ich gleich zwei aufgeschrieben. Wobei, das eine ist eigentlich zu verzeihen, weil da erwarte ich eh nicht viel. Das ist die hunderttausendste Halloween-Verfilmung. Oh ja. Und, aber abgesehen von ein paar Momenten, wo du dann halt wieder erschrickst, ist er auch echt scheiße langweilig gewesen, oder? Also, naja, ich fand den, ich fand den, glaube ich, gar nicht so schlecht wie du. Ich glaube, einen Film, den ich noch schlechter, also, ja, es gibt, es gibt einen Film, den wir zusammen gesehen haben, den ich schlechter fand, der auch hochgelobt war, und zwar ist das Us. Ja, fand ich auch schlimm. Das ist ja, ähm, oder, keine Ahnung, ich habe den nicht verstanden, glaube ich. Vom Jordan Peele, der ja, der ja hoch, äh, hoch im Kurs steht, der mit Get Out, äh, so, so ein Überraschungshit gelandet hat. Der auch besser war. Der auch besser war. Ähm, Us ist, ist irgendwie so ein ganz komischer Mix. Also, ich habe, das Problem ist, glaube ich, bei so vielen Horrorfilmen, natürlich darf man da jetzt nicht irgendwie mit, mit, äh, Realismus ankommen oder so. Aber bei mir steht und fällt so ein Horrorfilm einfach damit, ob ich mit der Grundannahme des Films meinen Frieden machen kann oder nicht. Und wenn ich das nicht schaffe, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der Film einfach gaga. Oder? Dann, wenn du mit dem nicht klarkommst, was der Film dir da präsentiert, als gegeben, so ist es halt. Ich habe den nicht, ich verstand nicht den Hype um diesen Film, der ist, der ist echt gut, äh, äh, angekommen eigentlich, aber ich fand den, aber er ist unterboten worden von einem Film, den ich alleine geguckt habe. Ich weiß gar nicht, dass ich den abends mal im Hotel auf Dienstreise geguckt habe. Das ist für mich einer der schlechtesten Filme seit langem. Da habe ich gedacht, ach komm, den guckst du mal. Das hast du mir jetzt aber voll verschwiegen hier. Independence Day Resurgence. Mein Gott, ist das ein Müll. Ja? Ja. Okay. Ich habe auch immer gedacht, komm, kannst du ja mal anschauen, den ersten. Ich glaube, den ersten habe ich ja damals auch im Kino gesehen, also. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass er besser ist als der erste, weil ich, wenn ich den ersten wieder sehen würde, glaube ich, wäre ich jetzt genauso bescheiden, aber Resurgence ist so, oh mein Gott, so furchtbar dämlich. Hast du noch was im Juli? Nein. Dann kommen wir zum Worn im Monat August. Was war denn dein Highlight im August? Mein Highlight war, jetzt habe ich es aufgeschrieben, aber was ist das jetzt hier? Ach so, ja. Weil mich hat jetzt kurz der englische Titel irritiert, weil hier steht All About Me. Aber im Deutschen heißt er, der Junge muss an die frische Luft, oder wie heißt das? War das im August? Ja, genau. Ja, der Junge muss an die frische Luft. Genau, der Junge muss an die frische Luft. Also, ihr wisst, also unsere, ja genau, Harpekekeling, alle treuen Zuschauer, Zuhörer, wissen ja, und Hörerinnen, muss man jetzt, egal. Immer schön gendern. Immer schön gendern, okay, alles klar. Wissen ja vielleicht meine etwas, ja, auch mit Vorurteilen belastete Abneigung des deutschen Kinos. Und das war mal wieder seit langem ein wahnsinnig toller deutscher Film. Und genau so muss ein deutscher Film sein. Also, im Prinzip muss jeder Film so funktionieren. Es ist ja wurscht im Prinzip, in welchem Land der prinzipiell spielt. Es geht einfach nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte wurde wirklich toll, warmherzig, mit tollen Schauspielern, tolle Dialoge, tolle Musik, tolles Setting. Also, da hat halt wirklich alles gepasst. Und ja, es ist ein deutscher Film, aber im Prinzip ist es eine Buchverfilmung. Da geht es um das Leben von Harpekeling. Oder die Kindheit. Oder die Kindheit, besser gesagt. Und Wahnsinn. Also, wirklich ein, das ist auch mitunter, kann man schon sagen, auch einer der besseren Filme für dieses Jahr. Haben wir im Kino verpasst? Ja. Haben wir abgeholt? Du bist ja letztes Jahr im Kino, äh, 2018 im Kino gewählt. Ja. Das ist natürlich auch nicht ein Film, wo wir ins Kino gehen würden. Ja, stimme ich dir vorbehaltlos zu. Das ist ein ganz tolles Ding, weil es ist immer wieder meine Theorie untermauert, dass der deutsche Film eben dann am besten ist. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei 25 kmh. Ja. Also, wenn er nicht versucht, irgendein Genre, irgendetwas nachzuahmen, irgendwie, was weiß ich, ein toller Action, der Chiller, keine Ahnung, die sind immer furchtbar schlecht darin, ausländische Produktionen nachzuahmen. Und am besten, wenn sie einfach eine deutsche Geschichte erzählen, die halt so nur in Deutschland stattfinden kann, weil es halt irgendein Lokalkolorit auffängt, ja. Also auch diese ganzen bayerischen Ableger da mit Eberhofer. Ja, super. Die sind super, weil sie halt einfach in ein, ein, etwas einfangen, was es halt so nur in der Region oder in dem Teil von Deutschland gibt. Genau. Und ich finde, der lebt halt auch so ein bisschen von dem, von der Zeit, in der er spielt, von der, von der, von der, genau mit dem Dialekt und hat, transportiert einfach dieses Gefühl, dieses Ortes, dieser Zeit und das ist, geachtet, und hat auch wirklich charmante Figuren mit schönen Dialogen, ganz, wirklich geht einem ans Herz, ist ein tolles, tolles Ding. Ja, ist echt schön. Ja, ich, es war, hatte sich einen, 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 ich sag mal, ein Kopf-an-Kopf-Reining geliefert mit meinem Highlight. Ja, ich sehe es. Allerdings musste es sein, weil ich einfach in meiner, meine jungen, also in meinen, ich sag mal den, vor etlichen Jahren einmal, als dem, dem geklettert bin, also in meinem Preclimbing-Hobby gefrönt habe, aber für, wenn auch nur einen sehr kurzen Lebensabschnitt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen landet bei mir im August auf dem Top-Platz Free Solo, wo Alex Honnold den El Capitan im Yosemite-Nationalpark Solo besteigt, also Free Solo ohne, ohne Sicherung. Und meine Fresse ist das ein mitreißender Film. Ja, das ist so spannend gewesen. Also du weißt ja, wie er ausgeht. Ja, aber trotzdem. Aber das, das ist so unmenschlich, was der da macht, das ist so übernatürlich. Und irgendwie auch inspirierend. Also ich fand es sehr inspirierend. Dass der, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, dass der einfach auch sozial, glaube ich, so ein bisschen schwierig ist, ja, weil wenn man so sein Verhältnis mit seiner Freundin sich so anguckt, die Arme. Sie kann damit umgehen. Wahrscheinlich. Und ja, es schildert halt so den Weg quasi, seinen Weg vom, vom, den ersten Gedanken mit dieses Projekts hin zu dem Weltrekord oder zu dem Rekord von deinem Versuchen hin. Und es ist unglaublich. Ja. Also wenn, wenn ja auch nur, ich glaube nicht mal, nee, ihr müsst nicht mal irgendwie ein Funken für Klettern übrig haben. Es ist so auch beeindruckend, wenn du bist jetzt auch dem Kletter-Hobby nicht besonders verbunden. Gar nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich fand es super spannend. Und also. Frisolo ist, glaube ich, sogar einen Oscar gekriegt, glaube ich, für die beste Doku. Ja, 2018 war das schon. Tolles Ding. Tolles Ding. Ist auch grandios gefilmt. Also das Filmteam muss man sich ja auch immer mal wieder vergegenwärtigen, dass die da mit in der Wand hängen. Ja. Das vergisst man. Ist aber auch gut. Also wenn das eine Doku schafft, dass du halt einfach vergisst, dass da halt jemand filmt. Ja, ja, das stimmt. Zeigt aber auch so ein bisschen die Anstrengungen, die sie unternommen haben. Und ihn bei seinen Versuchen da nicht zu stören, weil wenn er halt einen Fehltritt macht, dann ist er vorbei. Aber das tut er ja auch immer betonen oder das wird ja auch thematisiert, weil es gibt dann die einen oder anderen Versuch, wo er einfach nicht bei sich ist, weil er sich abgelenkt fühlt durch dieses Team. Oder ja, einfach dieses, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es sagt, ob dieses Versagen vor anderen, also das wäre in dem Moment, glaube ich, für ihn nicht tragbar gewesen. Für sich selber schon, aber nicht vor anderen. Und deswegen gibt es halt auch immer, also das ist schon sehr ehrlich auch, das Ganze. Also das ist jetzt nicht, da wird er jetzt nicht als strahlender Held auch irgendwie so dargestellt, sondern schon auch, was der ganze Prozess auch mit ihm ausmacht, weil da ja schon auch von Anfang an klar war, okay, wenn ich das mache, dann nehme ich dann halt Leute mit auf die Reise, in dem Falle dann halt dieses Team. Ja, und also es ist einfach eine unglaubliche psychische und physische Leistung, die er da verbraucht hat, das ist, kann man sich vorstellen, das ist irgendwie so 1000 Meter Fels einfach mit Überhängen und allem, also eine der schwierigsten Routen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also vor allem, also der Film fängt das aber auch sehr, sehr gut ein, dass du als Zuschauer dieses Felsmassiv siehst und du denkst, wie um alles in der Welt, also wo man in eine, eine, eine Felswand erklimmen sieht, wo man mit dem bloßen Auge nichts sieht, wo man sich vermeintlich festhalten kann, wo der aber hochklettert. Ja, es ist wirklich eine beeindruckende, eine beeindruckende Dokumentation. Also wenn ihr euren Adrenalinpegel mal so richtig in die Höhe treiben wollt, dann schaut euch Free Solo an. Also wirklich, ich habe zwischenzeitlich gedacht, ich kann irgendwann nicht mehr hingucken, aber ich dachte, also das ist echt. Du hast dich am Anfang sogar so, glaube ich, so ein bisschen gesträubt, wo du es jetzt nicht so scharf drauf. Nee, war ich auch nicht. Aber ich war sehr angenehm überrascht. Ja, mein Highlight. Dein Flop. Flop. Ja, ich habe ihn eigentlich ganz gut bewertet, aber so, ich, ne, dafür, dass er jetzt als Flop, im Vergleich, dass er ein Flop ist, habe ich ihn ganz gut bewertet, aber das ist The Sisters Brothers. Ja, bei mir auch. The Sisters Brothers ist ein Western mit dem von uns hochverehrten Joaquin Phoenix. Und, ja, der, wie heißt er? Ja. Der seinen Bruder spielt. Ich schaue nach. Sein tumben Bruder. Ja. Nee, sein, ja. Ja, doch, also. Er ist einfältig. Einfältig, ja. Tump und einfältig. Dumm ist er nicht, einfältig ist er. Ja, aber tumbe heißt doch nicht dumm, oder? Äh. Egal. Auf jeden Fall ist das ein Western und mir wurde das Ganze, ich weiß auch nicht. John C. Reilly. John C. Reilly, genau. Und ich suche manchmal Filme aus und dann werde ich dann immer gefragt von meinem Gegenüber, wie kommst du denn immer auf diese Filme? Und ich denke mir dann so, naja, ich räume halt diese Filme dann auch auf und dann schaue ich dann hinten drauf und dann lasse ich mich manchmal von so einem Klappentext auch tatsächlich mitreißen. Und ich meine auch echt gute Kritiken damals gelesen zu haben, als er im Kino läuft und ich hätte mir den sogar, wenn der noch gelaufen wäre, hätte ich ihn mir sogar gerne angeschaut. Nur zu dem, was dann letztendlich dann der Film einem gezeigt hat und das, was ich dann im Vorfeld immer gelesen habe, da gehen ja wirklich Welten auseinander. Also weil der erstens mal, ja, also der war ja völlig gaga. Also für einen Western war der schon gaga. Ich fand den einfach seltsam. Ja, ja, gaga im Sinne von seltsam. Also dass der halt einfach so, was will dieser Film eigentlich mit mir machen? Also oder was hat er jetzt vor oder was hat er für eine Botschaft? Oder auch die Figuren wachsen einem ja auch nicht wirklich so ans Herz. Nee, es sind keine Sympathen. Es sind überhaupt keine Sympathen. Dann John C. Reilly, der Arme, die übernachten dann, wie sie es halt damals gemacht haben, halt einfach in der Wildnis und dann landet irgendwie eine Spinne in seinem Mund. Ja, aber hör auf, hör auf. Also es sind so viele eklige Sachen auch immer dabei gewesen, wo du einfach denkst, muss ich das jetzt sehen? Also auch von, klar, das war natürlich alles sehr rau damals und von Schießereien, von auch Amputationen und da wirst du ja nicht verschont. Ja, wenn man dem Film halt eins zugutehalten kann, also das ist sicher kein geschöntes Bild des Wilden Westen gezeigt. Nee, sehr authentisch wahrscheinlich. Aber uns hat er nicht, mit uns hat er nichts gemacht. Ich fand den einfach seltsam. Ja, er war wirklich strange. Seltsam. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und ihn als irgendwie abgrundtief schlecht bezeichnen, aber er hat einfach mit uns nichts gemacht. Nein, aber deswegen habe ich ihn ja mit zweieinhalb, glaube ich. Aber das ist einfach so, okay, das macht nichts mit mir, also. Ja. Genau, das war der August. Das war der August. Dann kommen wir zum September. Was war denn dein Highlight im September? Ja, auch einer der Filme, den wir nicht im Kino gesehen haben, weil. Weil. Genau, wir haben ja so viele Gründe. Und ich fand ihn aber überraschend gut. Also, oh, nee, doch. Ja, ich fand ihn gut. Und zwar Aladin. Ja. Also das war jetzt mein Highlight vom September. Also ich bin ja, die ist ja wieder so eine von Walt Disney, die haben ja leider, manchmal ja, manchmal schaffen sie es wirklich, die Originalgeschichte in einen guten Realfilm zu übertragen. Ich finde, Aladin ist einer der Besseren. Nicht der. Nicht der Beste, aber er ist einer der Besseren. Und ich war schon sehr angenehm überrascht. Kommen wir später auch nochmal zu dem Thema. Ja, kommen wir dann vom Thema 3D-Animation. Ja, Aladin hat halt etwas, also ich finde halt, und das ist meine These, die der jüngste Spross aus dem Hause Disney diesbezüglich bewahrheitet hat, dass diese Neuverfilmungen, diese Realverfilmungen nur dann sehr gut funktionieren, wenn keine sprechenden Tiere vorkommen. Ja. Deswegen freue ich mich zum Beispiel auf Mulan. Ja, Mulan wird ganz toll. Ich glaube auch Mulan wird deswegen auch viel, viel besser, weil er laut dem Trailer ja auch, also Ja, sehr ernsten Ansatz. Sehr ernstes und ein bisschen anderen Ansatz und da kommt dann halt auch kein Mushu und da kommt auch keine Grille und also die Sachen, wo das Ganze halt wieder so ein bisschen für Kinder halt tauglich tauglich gemacht haben, weil es ist ja letztendlich eine Kriegsgeschichte. Ja. Wenn man das mal runter bricht und ich meine, das ist jetzt auch kein Kinderfilm. Also die Geschichte an sich ist ja nicht für Kinder, aber jetzt, und jetzt machen sie es tatsächlich ein bisschen ernster. Also ich habe zumindest nichts Lustiges entdeckt in dem Trailer. Was ich mutig finde. Ja, finde ich auch. Bei Aladin ist so, ich weiß auch nicht, also der Trailer hat, der erste Teaser fand ich toll, der zweite Trailer hat mich schon wieder so, weiß nicht, freut mich im Kinos hin. Also ich finde ihn jetzt weit entfernt davon, irgendwie ein herausragender Film zu sein. Nein, das ist er ja auch nicht. Er ist halt ein solider, unterhaltsamer Film, den ich okay finde. Sowohl Smith als Genie ist er auch okay. Manchmal sieht man die CGI deutlich. Das ist so durchwachsen, aber er ist unterhaltsam, er hat uns jetzt nicht wehgetan, wie andere. Ja. Ne, den kann man gucken und weil wir jetzt im September nichts Neues geguckt haben sonst, außer im Kino, haben wir uns ja das zweite Kapitel von EES angeguckt. Und was wir davon halten, könnt ihr euch natürlich im... Dazu gab es keinen Podcast. Dazu gab es keinen Podcast. Boah, wir haben keinen Podcast zu EES Kapitel 2 gemacht. Ja, das ist... Schande über unser Haupt. Da hätten wir uns auch auslassen können. Oh ja. Den fand man nicht so gut. Ich fand den besser wie du. Du fandst ihn besser als ich, ja, ich weiß. Ich habe ihm drei Sterne gegeben, weiß nicht, warum. Zum Retrospektiv würde ich ihm wahrscheinlich schlecht überwenden. Wie dem auch sei, mein persönliches Highlight, also von den neuen Filmen, war auch Aladin, ich ein Highlight, ein Film, den wir nochmal geguckt haben im September ist Django Unchained, der für mich einfach großartig... Also das war so eine Zeit, wo Tarantino noch geile Filme gemacht hat. Findest du nicht? Django Unchained ist super. Ich weiß nicht, ich glaube... Dieses Gesicht. Ich überlege gerade, welchen jetzt... Ich meine, dass wir Avengers Endgame nochmal geguckt haben und das sehr großartig ist, das... Also ich habe dem dreieinhalb gegeben und wir haben ja auch Ding nochmal angeschaut. Ja, Pulp Fiction. Nein. Kill Bill. Kill Bill haben wir nochmal angeschaut und Ding... Ja, und in Glorious Bastards. Ja, genau, in Glorious Bastards. Ja, dem fände ich schlechter. Ja. Also ich mag Django Unchained von seinen jüngeren, in Anführungszeichen, Werken immer noch am liebsten. Pulp Fiction, das steht sowieso außer Frage. Wie dem auch sei, ich habe keine so richtige Enttäuschung im September. Die habe ich alleine geschaut. Die hast du alleine geschaut? Ja. Zum Glück. Ja, wie immer. Und zwar, da weiß ich auch nicht, was mich da wieder geritten hat. Ja, weil auch der Film, es ist halt immer so,bald irgendwie was nominiert ist oder irgendjemand nominiert ist, sogar in dem Falle zwei Leute nominiert sind, bester Nebendarsteller, beste Hauptdarstellerin, dann denke ich dann immer so, ja, der Film kann man mal anschauen, auch wenn die Hauptdarstellerin an sich ich überhaupt nicht mag. Also ich mag sie wirklich gar nicht. Und das war im September, dann im Nachhinein dann doch schon, ja, hat mich halt nicht berührt oder nicht mitgerissen und das war der Can You Ever Forgive Me. Und da spielt ja die, aber wie heißt sie denn? Wie ist denn der Hauptdarsteller? Ja, das schaue ich jetzt gerade. Weißt du auch nicht? Achso, ja, die Melissa McCarthy. Okay. Ja. In the Mock, okay. Genau, und der Richard E. Grant, die waren halt beide nominiert. Genau, und da geht es halt darum, die Melissa McCarthy spielt halt die Lee Israel. Das beruht auf einer wahren Begebenheit und zwar hat, sie ist eine sehr, es ist halt auch wirklich kein Kind der Freude, also sie ist wirklich sehr mies töpferisch und sie lebt auch alleine. Sauertöpfisch. Sauertöpfisch. Mies töpferisch. Dazu, das stimmt irgendwas nicht hier. Neues Wort erfunden. Sie hat auch eine Katze, wobei, also nur wenn man eine Katze hat, heißt man nicht, dass man sauertöpfisch ist, egal. Aber so diese typische, und sie ist, ich glaube auch Alkoholikerin, ja auf jeden Fall verliert sie ihren Job und ist halt dann, weiß ich halt nicht, wie sie… Ist ein Drama, eindeutig ein Drama und sie weiß dann halt nicht, wie sie ihre Miete bezahlen soll und dann durch einen Zufall findet sie halt in einem Buch irgendwie Briefe von bedeutenden amerikanischen Schriftstellern und sie fängt dann halt an diese, sie kann sich da halt gut reinversetzen in diese Korrespondenz und dann fängt sie halt an diese Briefe zu kopieren. Also sie erfindet eine Korrespondenz zwischen zwei Leuten, die es wirklich gab, aber die Briefe gab es halt nicht. Und diese Briefe findet sie dann zufällig bei ihrer Oma, bla bla bla, und verkauft dann halt diese Briefe und verdient so ihr Geld. Und irgendwann kommt es halt raus, dass die alle perfekt sind. Und hat sich das nicht so abgeholt? Ja, wegen ihr glaube ich wieder. Ich mag sie einfach nicht, weil wenn ich ihr Gesicht sehe, das ist… War langweilig? Egal. Naja, das war der September. Dann kommen wir zum Oktober. Ja. Oktober haben wir wieder sau viel geguckt. Ach, so viel Schrott sehe ich da gerade. Ja, ja. Oh ja. Aber da gibt es nur einen Film, wo auf den ersten und auf den letzten Platz gehört wird. Ja, was ist denn auf Platz eins? The Game Changers. Ja. Ja. Ja, bei mir nicht. Bei dir nicht? Ja, aber es war auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich hatte halt auch im September einen Film zum ersten Mal gesehen, den du schon kanntest. Ja, den Manni Ball. Ja, komm ich mal. Ach so, wolltest du jetzt was sagen? Manni Ball. Manni Ball. Ja. Aber The Game Changers ist eine Doku. Auf Netflix. Auf Netflix und zwar über Hochleistungssportler, über die vegane Ernährung von Hochleistungssportlern. Im Amerikanischen klingt es dann nicht ganz so schlimm, weil dann heißt es nämlich Plant-Based. Plant-Based, ja. Und Pflanzen-basierte Ernährung. Pflanzen-basierte Ernährung. Und das ist für viele dann irgendwie, weil das Wort vegan oder Veganismus, das ist dann irgendwie so mit, ich glaube… Wie so eine gänse-rote Flaggen hoch. Ja, genau. Also irgendwie auch mit viel Abscheu und Abwehr verbunden. Und dieses, weil viele auch, ich merke es auch immer wieder, die ganzen Blogger und alle, wo irgendwelche Bücher auch schreiben, die, manche stehen auch dazu und sagen, okay, weil Pflanzen-basiert ist vegan, aber dann manche wollen nicht in diese vegane Ecke und sagen dann einfach, es ist Pflanzen-basiert, wobei es eigentlich dasselbe ist. Aber auf jeden Fall, im Amerikanischen heißt es also Pflanzen-basiert so. Plan-Based. Gibt so den Ausdruck, wie genau. Ja. Ja, das Schöne an dieser Doku ist eigentlich, dass es, also wir haben ja unsere, also viele von euch wissen ja vielleicht, dass wir uns vegan ernähren, aber wir haben auch unsere Gründe dafür und es gibt vielerlei, die wir jetzt hier sicher nicht ausbreiten werden, aber das Schöne an dieser Doku ist, wir haben schon viele dieser Art gesehen, dass sie ist, wie ich eben finde, auf angenehme Art und Weise vermeidet so diese Trigger, also grausame Tierbilder, also Dinge, von denen wir, derer wir uns durchaus bewusst sind und von der wir schon der Meinung sind, dass man sie auch zeigen sollte und die eigentlich auch abschreckend sein sollten. Aber wir stellen halt auch immer wieder fest, dass manche Leute das dann halt, A, vielleicht gar nicht erst gucken oder dann halt auch verdrängen und diese Mechanismen, die da einsetzen und der Film vermeidet das und der nimmt halt so ein bisschen anderen Ansatz. Ja, der, genau. Genau, und indem man halt einfach Hochleistungssportler begleitet in verschiedenen Genres, in verschiedenen Sportarten und so deren Erfahrungen mit veganer Ernährung und ich sag mal weitestgehend ohne den erhobenen Zeigefinger auskommen. Gar nicht, überhaupt nicht. Also das macht wirklich auch Spaß, denen zuzuschauen, egal wenn es jetzt, da sind Footballer dabei, da sind Marathonläufer dabei, der stärkste Mann der Welt ist dabei, dann Radsport ist dabei, also es ist wirklich querbeet und durch jede Alter, also da ist auch jedes Alter irgendwie mit dabei, da ist dann auch ein so ein Fitnesstrainer, der ist schon 60, 70 und mein Gott, also der, sowas, der ist so fit und strotzvoller Leben und es ist halt einfach nur toll, den Leuten zuzuschauen und das Ganze basiert halt auf der, wo die Doku halt angefangen hat, er erzählt halt von sich, wie er halt eine Verletzung halt mit dem Knie, glaube ich. Und seinen Sport nicht mehr machen konnte. Können seinen Sport nicht mehr machen und dann versucht er halt irgendwie über die Ernährung vielleicht das Ganze dann irgendwie zu beheben, weil man kann halt einfach viel über die Ernährung retten. Ja, das ist eben. Genau, und das ist halt der Ansatz und das ist halt wirklich toll gemacht auch. Weil es halt ein Erfahrungsbericht ist. Genau. Wie gesagt, ohne Zeigefinger, weil es auch mit ein paar Vorurteilen aufräumt, was jetzt so den Leistungssport betrifft und ja, eben eine angenehm andere Dokumentation zu diesem Thema. Genau. Eine dicke Empfehlung. Ja, finde ich schon. Und es ist natürlich, alle die jetzt sagen, okay, ich kann mit dem Ernst und einfach nichts anfangen, es ist natürlich von der anderen Seite des Ufers wird das Ganze halt beleuchtet und alle, worauf dann sagen sich dann so, ja, aber es gibt halt Studien, die das und das besagen und ja, die, ich weiß auch nicht, ob die Wissenschaft sich da einig ist. Also meine Wissenschaft ist das, was dieser Film mir sagen will und es ist eh schon das, was wir eh schon leben und ja, und es ist wirklich auch nochmal ein anderer Denksansatz und kann ich nur jedem empfehlen. falls ihr irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hört, da draußen wird wieder geböllert. Geböllert. Da hat nach jemand Böller übrig. Genau. Also The Game Changers, definitiv ein Highlight im Oktober. Ja. Mein Highlight war auch noch Moneyball, du hast es schon gesagt. Kannte ich noch nicht. Ist ein Sportfilm, der die richtigen Knöpfe drückt. Ja, Wahnsinn. Ich war auch überrascht, auch der Ansatz ist so, weil jetzt sowas wie an jedem verdammten Sonntag erwartet wird, enttäuscht. Es ist eher so ein football-theoretischer Ansatz, der eben da so einen neuartigen, also ein Trainer verfolgt hat, Brad Pitt als Trainer einer Football-Mannschaft, der halt da irgendwie so rein auf Statistik beruhend seine Spieler aussucht und sehr kritisch gesehen wird und aber dann im Prinzip, glaube ich, sogar die Football-Welt so ein bisschen umkrempelt mit seinem Ansatz nachhaltig. Genau. Coole Geschichte. Toll erzählt, tolle Geschauspieler, spielt der, wer ist da, eine kleine Dicke? Überraschend. Ich wusste nicht, dass der da mitspielt. Nein. Mein Namensgedächtnis heute wieder. Ja, Brad Pitt konnte ich mir noch merken, ein Jonah Hill und der Philipp Zimmerhoffman. Ja, und Philipp Zimmerhoffman. Den meinte ich ja nicht. Robin Wright, Chris Pratt. Wobei Jonah Hill ist ja nicht mehr Dicke. Chris Pratt spielt sogar mit. Nee, der ist nicht mehr Dicke, aber da war er noch Dicke. Chris Pratt als Football-Spieler. Ja. Oder war es Baseball? War das jetzt Football oder Baseball? Baseball war es. Baseball, ja. Hast du gesagt Football? Ja, ich habe gesagt Football. Ich habe nicht zugekriegt. Ups. Baseball-Team steht da, ja, ja. Hätte ich mich jetzt schon wieder voll blamiert. Ach. Football, Baseball ist doch alles das. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so. Mach es nicht besser, oder? Nein. Ja, nee, war mein Highlight. Auch ein älterer Film. Moneyball ist aus 2011. Kannte ich nicht. Habe ich nachgeholt. Fand ich großartig. Ja, ich glaube, Enttäuschung sind mal gehe auf derselben. Wir haben viel Rotz geguckt. Ja, wir haben wirklich viel Rotz geguckt. Ich möchte da noch Ehren der Ehrenhalbe erwähnen. Also sag mal deinen Tiefpunkt. Also der absolute Tiefpunkt und das war, also da haben sich schon einige drum gestritten in dem Monat, wer jetzt da der Scheißfilm des Monats sein will oder des Jahres, aber der absolute Tiefpunkt war Godzilla King of Monsters. Echt? Dicht gefolgt von Dark Phoenix. Also bei mir ist es Dark Phoenix. Okay. Ich kann ja auch erklären, warum, weil ich verbinde halt, also wenn ich einen Godzilla-Film gucke, dann habe ich eh schon so gewisse. Ja, aber da muss man es nicht noch mehr nach unten. Ja, aber ich habe den schlechter bewertet, natürlich, weil es ein schlechtere Film ist, aber für mich die größere Enttäuschung war Dark Phoenix. Okay, gut. Du hast recht. Nee, das ist keine Sache von Recht. Also wenn du den schlimmer findest. Ja, ja, ich fand den auch wirklich schlimmer. Also weil, ich meine, das ist, also wenn der Film es dann schafft. Der erste ist ja auch schon dämlich, aber der hat einen Spaß gemacht. Nein, ja genau. Der hat, fand ich jetzt gar nicht mal so, weil der hat auch bessere Dialoge gehabt. Aber wenn der Film ist wirklich, also der ist wirklich saudämlich. Und die Dialoge waren furchtbar. Weil sich da alle hergibt es dafür. Ja, und dann, wenn du dann während des Films dann schon anfängst, dann irgendwie dich über die Dialoge lustig zu machen, dann ist es eigentlich schon vorbei. Ja. Aber ja, Dark Phoenix, das war halt auch wieder so eine riesen Enttäuschung. Ja, Dark Phoenix ist einfach unser sehr liebgewonnenes X-Men-Universum und wir konnten selbst dem letzten X-Men-Film nur noch einiges abgewinnen, also Apocalypse. Wobei das auch nochmal Welten sind, finde ich. Ja, ja eben, sag ich ja. Selbst der war schon nicht mehr, wurde von vielen schon nicht mehr so toll aufgenommen. Ja. War sicher auch schwächer als die Vorgänger, aber was Dark Phoenix da abliefert, mein Lieberherr. Ja, also das ist echt eine Frechheit. Also da haben viele einfach geschlafen oder haben auch keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich glaube, ich habe echt keinen Bock mehr gehabt. Das wirkt so lieblos, so schade. Ja. Weil Dark Phoenix oder Jean Grey einfach auch eine meiner Lieblingsfiguren ist im X-Men-Universum. Das ist ein unglaublich mächtiger Mutant ist. Und das haben sie so verpulvert, ihre Geschichte. Und einfach zu so einem komischen, seelenlosen Mischmasch. Ganz schlimm. Ganz schlimm, Dark Phoenix für mich. Stimmt, ich habe dem auch einen halben Stein gegeben. Eine der... Du hast dem einen Stein gegeben, ich habe einen halben Stein gegeben. Eine der größten Täuschungen, das ist der X-Men-Bonus, der halbe... Ja, ganz schlimm. Unser, ja, das war der Oktober, oder? Mhm. Nun denn, was war denn dein Highlight im November? Ja, das... November hat jetzt auch wieder nicht so geglänzt. Ähm, da war jetzt auch viel Durchschnitt dabei. Ähm, aber immerhin noch am besten... Und du hast ihm sogar mehr Sterne gegeben wie ich und das war trotzdem noch mein Highlight. Das war die Doku zu Apollo 11. Ja, das ist also im Prinzip ja die Mondlandung. Genau. Und, äh... Wahnsinnig interessante Dokumentation. Ja. Mit Originalbildern, also... Wow. Also haben sie natürlich noch ein bisschen nachbearbeitet, aber wahnsinnig... Bestprobiert, ja. Ja, wie gut. Also das ist jetzt im Gegensatz nicht verwechselnd mit First Man oder Aufbruch zum Mond, der ja die gleiche Geschichte, aber halt, ich sag mal, dramaturgisch aufbereitet und im Zentrum um Neil Armstrong erzählt, ist Apollo 11 tatsächlich eine Dokumentation, die mit Archivmaterial, ausschließlich Archivmaterial und Interviews, aber so gut und mit einer Qualität. Ja, ja. Und das wurde vermittelt, aber halt auch mit diesen Originalaufnahmen eine unglaubliche Atmosphäre. Ja, das stimmt. Das ist echt toll. Apollo 11 ist auch mein Highlight. Ich habe ihn besser bewertet als du. Ja. Ich glaube, was unsere größte Enttäuschung betrifft, im Oktober sind wir uns, äh, im November sind wir uns wieder einig, oder? Ja. Aber du hast ihn trotzdem besser bewertet wie ich. Ja, da hatte ich wahrscheinlich einen milden Tag. Wobei... Magst du sagen, um was es geht? Ja, Yesterday. Yesterday war die größte Enttäuschung für dich im November? Lion King haben wir am 1. Dezember geschaut. Nö, aber ich war am 30. November. Wahrscheinlich zu spät. Hast du zu spät getrackt? Ich habe ihn zu spät getrackt. Bei mir war es Lion King. Na gut, dann ist es auch Lion King. Ich glaube, da hast du erst am nächsten Tag getrackt an das Datum. Ja, Lion King, das, weil wir ja vorhin das Thema Real, Disney, Realverfilmungen hatten, ist Lion King einfach das perfekte Beispiel dafür, was nicht funktioniert. Und zwar aus mehrerlei Gründen, aber der Hauptgrund ist sprechende Tiere. Und sprechende Tiere, also wenn man halt bedenkt, dass das Lion King, also der König der Löwen in seiner Zeichentrickfassung den Großteil seines Reizes einfach durch die comichafte Überzeichnung der Figuren und auch die Überzeichnung der Mimik zieht. Natürlich aus den Liedern, aber vor allem halt aus den Figuren und das in eine nahezu fotorealistische Umgebung zu transportieren, einfach, ich sag mal, fotorealistisch aussehende Löwen sprechen zu lassen, es funktioniert nicht. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist so ein kaltes Stück Film geworden. Ja, und ich verstehe es nicht, dass das so unglaublich, weil das ist ja auch sehr, sehr erfolgreich gewesen, das lief ja monatelang auch im Kino, egal, querbeet, durch die ganze Nationen weltweit und hatte ja ein Einspielergebnis ohne, also da sind sie ja wieder alle happy. Aber ich verstehe das einfach nicht. Ja, weil sie halt alle reinrennen wollten, weil sie nicht glauben konnten. Ja, schon, aber irgendeiner muss doch mal gesagt haben, geht nicht rein, er ist furchtbar. Nee. Ich weiß nicht, oder wir sind mittlerweile wirklich in einer Gesellschaft angekommen, wo Kälte nicht mehr spürbar ist. Ich finde den absolut seelenlos. Ja, er ist ja, er ist auch absolut seelenlos und das hat mich, ich bin ja zwar mittendrin mal wieder kurz eingepennt, aber das hat mich so, das hat mich im Nachhinein richtig geärgert, weil dieser Film, ich meine, Der König der Löwen ist eh nicht eins meiner Lieblings Disney-Geschichten oder Filme. Aber der ist schön eigentlich. Es ist eigentlich eine schöne Geschichte und, aber das ist halt wirklich eigentlich ein Verbrechen an dem Original. Ja, hat's nicht gebaut. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und es ist, ja, und es ist, irgendwie geht es jetzt halt weiter, also wie gesagt, also Mulan scheint wieder zu funktionieren. Ich weiß, menschliche Darsteller sind. Ja, also Dumbo zum Beispiel haben wir ja gar nicht angeschaut. Nee. Auch egal, ob er jetzt von Tim Robbins, Tim Burton, Tim Burton ist oder nicht, weil wir einfach das Thema an sich, und Dumbo ist eh, ich hab glaube auch null Bezug für den Film. Nee, ich hab nicht. Echt, nö, und das ist, dann kommt halt noch die kleine Meerungfrau, also, und da. Da bin ich auch skeptisch. Da bin ich auch skeptisch. Da hast du halt auch wieder sprechende Krabben und. Meinst du? Was mich schon wieder so aufregt ist, dass sie es halt aus der ethischen Perspektive jetzt schon wieder jedem recht machen wollen. Das ist mir egal. Das ist mir voll egal. Ich glaub, dass der Film so so nicht funktioniert. Wahrscheinlich nicht, nee. Weil die kleine Meerungfrau ist ja jetzt nichts, was Disney erfunden hat. Also die Geschichte um die kleine Meerungfrau. Genau, hat sie auch nicht. Und demnach wird das halt jetzt dann einfach, und das, was die kleine Meerungfrau, also diese Geschichte ausmacht im Zeichendrickfilm, ist halt einfach die Figuren, der Charme, die Sebastian, wie heißt der, der andere, Fabius, nee. Ich glaub, Fabius, ja. Schön. Ja. Einfach. Ja. Weiß nicht, ob das was wird. Jedenfalls hat uns König der Löwen brutalst enttäuscht. Ja. Ich glaub, ich kann mir sogar meine Bewertung dann nochmal ändern. Die ist doch zu gut. Ja. So, was ich mir im Nachhinein geärgert hab drüber. Also, je länger ich drüber nachdenke, umso schlechter wurde. Was hab ich denn? Du hattest eigentlich jester der Jahr aufgelistet, gell? Ja, genau. Weil du Lion King dem falschen Tag zugeordnet hattest. Ja, Yesterday war jetzt für mich bei weitem nicht so eine Enttäuschung wie Lion King. Wird deutlich unterboten von Lion King. Aber hat mich auch so ein bisschen ernüchtert. Ja, Yesterday ist halt irgendwie, ich weiß nicht, auch da fand ich Trailer ansprechend, die Geschichte ansprechend. So ein Typ, der quasi noch irgendeinem Ereignis, quasi der Einzige zu sein scheint, der sich an die Beatles erinnert. Ja, warum auch immer, weil es weltweit gab es einen Stromausfall und was dieser Stromausfall dann mit dem gemacht hat, ist, dass er als einziger sich an die Beatles erinnert hat. Nee, der hatte ja auch einen Unfall. Ja, er hatte noch einen Unfall. Und dann später kommt raus, dass es nochmal ein paar mehr gibt. Was jetzt eigentlich kein großer Spoiler-Ding ist. Ja, versucht halt dann irgendwie die Musik der Beatles zu konservieren, indem er die Songs halt dann nachsingt und damit halt Berühmtheit erlangt. Und er ist aber so unsympathisch. Oh ja, er ist so ein furchtbarer Schauspieler. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn auch nicht. Und jetzt hat er bei den Aeronauts mitgespielt. Ja, aber der hat eine Mini-Rolle. Ja, zum Glück. Weil er war hinter Bad versteckt. Aber ich mag Lily James total gerne. Ja, die ist schon süß. Aber er ist halt irgendwie so, ich fand ihn nicht liebenswert. Nein, überhaupt nicht. Und dass er zur Tat auch nicht liebenswert war, hatte ich so meinen Problem. Das macht es dann wieder schwierig, ja. Naja, genau. Dann sind wir auch schon am letzten Monat des Jahres angekommen. Nämlich im Dezember. Genau. Und dann waren wir wieder fleißig. Was war denn dein Highlight im Dezember? Ja, also mein Highlight im Dezember, den haben wir sogar passend zum Thema. Ach, ich hatte zwei. Aber ja, du darfst. Okay, passend zum Thema. Ich weiß, welches du hattest. Genau. Passend zum Thema haben wir den Film am 24. Dezember angeschaut. Ja. Das ist Klaus auf Netflix. Ein wirklich, wirklich schöner Weihnachtsfilm. Ein bezaubernder. Und auch von der 3D-Animation, wie es gestaltet worden ist, wirklich, wirklich mal wieder was anderes. Also die Geschichte an sich ist originell. Es geht um die Herkunftsgeschichte von Santa Claus. Genau, vom Weihnachtsmann. Vom Weihnachtsmann. Genau, um es mal auf den Nenner zu bringen. Aber halt eine sehr originelle, unkitschige, ja, erfrischend andere Geschichte. Ja. Genau. Wo auch so ein bisschen das Ganze, er nimmt sich halt auch nicht so ernst. Nee. Also es gibt dann so, wo das Ganze so ein bisschen auch, ja, passifliert, kann man das sagen. Ja, ja. Also gerade das mit der Abschnitt mit den Rentieren. Ja, ja. Ja, ja. Das ist halt so. Also er verortet halt so ein bisschen um den Mythos, also der Mythos Santa Claus mit seinen Rentieren und seinem Schlitten. Also ich glaube, der amerikanische Mythos. Ja, er verortet halt so ein bisschen was auch in der Sagenwelt und versucht halt irgendwie Erklärungen zu liefern, woher das kommt. Und da, Grundprämisse ist ja dieser Sohn eines reichen, hochrangigen Postangestellten, der irgendwie stinkfaul ist, seine Ausbildung zum Postmann quasi irgendwie total schleifen lässt, der dann strafversetzt wird in irgendeinem, nach Zwietrachtingen oder was weiß ich, wie dieser Ort da heißt. Zwietrachtingen, ja. In irgendeinem Ort in den Norden, an den Nordpol, wo sich die Bewohner in zwei Lager gespalten haben und partout nicht ausstehen können, geschweige denn, sich gegenseitig Briefe schreiben. Und er versucht sich halt da irgendwie einen Weg zu finden, die Leute dazu zu bringen, Briefe zu schreiben und findet einen Weg über die Kinder. Ja, mehr erzählen wir jetzt nicht, aber das ist ganz, ganz zauberhafter Film. Und wenn ihr Netflix habt, ist das eigentlich, und Kinder habt, dann sowieso, auch wenn nicht, guckt den, der ist toll, der ist toll. War bei mir gleich auf mit Toy Story 4. Ah ja, stimmt, genau. Weil den hatte ich auch, den wollte ich eigentlich im Kino sehen, haben wir aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen. Mit Toy Story verbindet mich einfach wahnsinnig viel, weil der erste tatsächlich mein erster 3D-Animationsfilm ist, den ich im Kino gesehen habe, sogar mehrfach im Kino. Und einfach eine Ära losgetreten hat, Pixar einfach die 3D-Animationsschmiede geworden ist mittlerweile. Und trotz meiner Befürchtungen, weil es ja schon der vierte Teil ist, der eigentlich im dritten Teil schon zu Ende erzählt war, einfach noch eine wunderschöne Geschichte hinterher geschoben hat. Ja, das stimmt, ja. Die einfach auch noch technisch unglaublich brillant, also das Licht, also die Lichtsetzungen, die im dritten Teil ist. Ja, das ist echt toll, weil das ja auch teilweise auf dem VR-Markt dann spielt und einfach diese vielen Lichter, wie die dann halt da einfach auf den Figuren, auf den Gesichtern dann halt sich spiegeln, also das ist wirklich toll. Ja, und es ist auch eine schöne Botschaft, weil es so ein bisschen um das Thema Selbstaufopferung für andere geht und sich selbst vernachlässigen und dann halt sich selbst wiederzufinden, ja, also ich fand es echt eine schöne Geschichte und lustig und mit Action und vielen Lachern und vielen Herzmomenten, ja. Bei Toy Story habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, wie ich mit meinen Spielsachen umgegangen bin. Ja. Ja, weil sie halt, weil das ist halt einfach, weil sie natürlich auch ein Teil von dir und von deiner Kindheit auch sind und wie wenig man sie dann halt mit ins Erwachsenenalter nimmt. Es geht ja nicht darum, dass du noch mit ihnen spielst oder so, aber jeder hat ja immer so sein Lieblingsspielzeug oder was man halt mit zum Kuscheln genommen hat oder sei es jetzt irgendwie. Und wenn viele Leute da draußen noch ihren Kuschel-Teddy-Bär von ihrer Kindheit haben, Hut ab. Also ich habe... Ich habe mir auch nichts mehr. Mein Pony habe ich nicht mehr und das ist manchmal bin ich so, dann bricht mir schon das her. Also von meinen Spielsachen, wenn ich meine Mutter noch irgendwas aufgehoben hatte, ich habe nichts mehr. Ja, nee, also meine Mama hatte das ja auch aufgehoben und dann irgendwann mal halt, klar, weil der Keller ist dann halt voll und voll und voll und die Kinder interessiert es nicht mehr. Und das ist dann halt eigentlich immer genau in dem Alter, wo das ist so Anfang, wenn du dann so raus in die Welt gehst und dann bist du so Anfang 20 und dann ist es, glaube ich, da interessiert dich alles, nur nicht deine Kindheit. Da bist du froh, wenn du endlich aus der Kindheit raus und bist. Und deswegen ist es eigentlich dann echt schade, dass man dann die Sachen so, ja, verliert. Schön, dass sie es halt geschafft haben und das ist ja jetzt auch nicht alltäglich, quasi mit einem vierten Teil einer Reihe noch so ein Niveau abzuliefern, ohne dass es sich jetzt irgendwie abgegriffen anfühlt. Nein, das fand ich aus der Überraschung. Hut ab, Hut ab. Ich meine, hat man im Vorfeld schon gehört, ich wusste, dass der gut ist, dass der alles andere als langweilig und fad ist. Trotzdem war da irgendwie so, ach, jetzt schon wieder eine tolle Story, hat mich nicht enttäuscht. Ja, das stimmt. Aber wohl enttäuscht. Ich weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Monstergurke des Jahres oder des Jahrzehnts oder, keine Ahnung, mein absoluter Hassfilm. Und ich habe schon so viele Diskussionen über diesen Film geführt und ich kann es echt nur nochmal umso mehr betonen, Was für eine menschenverachtende Kackscheiße. Ja, und wir haben, und jetzt kommt's, wir haben nur eine halbe Stunde von diesem Film angeschaut. Und ja, für mich der schlechteste Film im Dezember und des Jahres, das ist Six Underground, die Actiongurke auf Netflix. Und das Lustige war, das habe ich mir jetzt nämlich, weil ich folge ja Netflix auch auf Instagram und die fanden es jetzt richtig toll. Nochmal die ganzen Highlights, Österreich, Schweiz und Deutschland. Beste, also am meistgesehenen Filme, also nicht am besten, bewerteste kann man glaube ich nicht sagen, aber am meisten gesehene Filme und Serien, Dokus, also die haben halt alles aufgelistet. Und wen wundert's, was auf Platz 1 ist, in allen drei Ländern war halt Six Underground. Wir sind zu alt für den Scheiß. Und ja, wir sind echt. Und ich bin so ein bisschen, was mich bei diesem Film halt so unendlich aufregt, ist nicht mal, dass er so schlecht ist, weil es gibt viele andere Filme auch, die so schlecht sind, aber er ist eigentlich eine Beleidigung für jeden. Und Actionfilm-Liebhaber. Und ja, und wie soll ich es denn am besten sagen? Also das ist so ein, das ist so ein, es ist Michael Bay. Ja, es ist Michael Bay, aber ich habe auch schon viele Michael Bay Filme gesehen. Und Spaß dabei. Naja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich dann einfach das falsche Geschlecht. Ich weiß nicht, der ist einfach, das ist so ein ADHS-Film, der einfach, also erstens mal schon furchtbar menschenverachtend ist. Also ich finde, wie sie halt einfach mit, also das halt in einem Actionfilm Leute sterben, das ist ja jetzt nichts Neues und Aufregendes. Aber wie die Leute da sterben, also wie beiläufig da menschliche Körper verstümmelt, durch die Gegend geworfen, überfahren werden, zerrissen werden. Und wir reden von der ersten halben Stunde. Und wir reden von der ersten halben Stunde, wohlgemerkt. Also wir haben nur eine halbe Stunde ausgehalten. Ich kann mir diesen Rotz nicht mehr geben. Ein, also keinerlei Gespür für Schnittdramaturgie oder sonstiges. Also das ist einfach so vollkommen zusammengewürfelter Blar mit Stroboskop-Schnitten und… Furchtbar anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Wie gesagt, das ist ADHS-verfilmt für Generation TikTok. Gerade, dass es nicht im Hochformat ist. Das ist das Nächste, wo es noch kommt. Ja, ja, das kommt dann als nächstes, ja. Kein Plan, wer da seinen Spaß dran findet, ich nicht. Es gibt leider ein paar Leute, die ich kenne, die halt… Ja, ich weiß schon. Das ist für mich auch kein Beer-and-Pratzel-Film. Also das ist nichts, wo ich jetzt auch irgendwie mit Kumpels, weiß ich nicht, wie besoffen mich da sein müsste, dass ich da Spaß dran hätte. Das ist gar nicht, weil das halt… Ich weiß nicht, das ist… Ich versuche es ja immer irgendwie jetzt ganz nett zu sagen, aber das… Nein, sowas… Da kann man nichts Nettes sagen. Nee, kann man nicht. Also das ist… Das tut mir leid. Ich sage jetzt nicht, dass ich hier der glückste Mensch auf diesem Planeten bin. Oder jetzt hier… Aber das beleidigt einfach meine Intelligenz. Und das hat auch nichts mit Unterhalten zu tun. Das hat auch nichts mit Hirnausschalten. Und weil da wird davon ausgegangen, dass derjenige, wo das gern schaut, einfach keinen Hirn mehr hat. Und das ist das, was mich so wütend macht. Dass davon ausgegangen wird, dass das, was wir jetzt zeigen, reicht. Aber anscheinend reicht es. Und das ist der nächste Punkt, wo mich so wütend macht. Weil es wird ja… Ich weiß gar nicht, wie viele schlechte Bewertungen ich auf allen… Das habe ich normalerweise noch nie gemacht. Aber ich habe wirklich, egal wo ich diesen Film nur bewerten konnte, habe ich ihn schlecht bewertet. Und er verliert einfach nicht an, ja, Popularität. Also er ist nach wie vor immer noch im gesunden Mittelfeld von IMDb oder so. Also der Grund, warum wir den angeguckt haben, ist ja auch, dass offensichtlich… Ich meine, das spielt Ryan Reynolds mit. Wir haben den Trailer gesehen und dachte, ja, das könnte mal einfach ein spaßiger, hirnloser Actioner werden. Mit der Erwartungshaltung geht man da ja auch ran. Ja, genau. Ja, was willst du denn sonst für eine Erwartungshaltung haben nach dem Trailer? Aber dann, was du da zu sehen bekommst, das… Ich war fassungslos. Ja, vor allem halt… Ich meine, das muss man auch mal schaffen. In der ersten halben Stunde, vor einer Woche, vor einem Monat, vor zwei Wochen, vor drei Jahren, vor einem Tag, vor einer Stunde. Also der hat es wirklich geschafft, in einer… Ich betone es nochmal, in der ersten halben Stunde so viele Zeitsprünge zu haben, wo du denkst so… Hä? What the fuck? Also ohne jedes Gespür und es ist so dermaßen over the top, dass wir einfach keinen Spaß daran haben. Ja, und das ist nach wie vor… Also wie gesagt, für alle, die uns kennen, wisst ihr das halt einzuordnen. Es gibt sicher Leute, die da ihren Gefallen daran finden, aber wir sind es nicht. Nein. Wir sind es nicht. Nein. Tja, dann sind wir durch. Sind wir durch. Mit unserer Reise. Genau, vielleicht noch abschließend erwähnen. Ja, wir haben, genau, wir haben noch, ich glaube, wir haben noch einen Award. Ja, genau. Eine Auszeichnung zu vergeben. Genau. Und zwar haben wir… Den Cut Award. Ja, haben wir uns entschlossen, dass wir eigentlich, eigentlich sind wir es ja euch schon schuldig, sofern es noch nicht rausgehört hat aus den vergangenen Episoden, euch unseren Film des Jahres zu präsentieren und beziehungsweise auch die Enttäuschung des Jahres und die Enttäuschung haben wir aber schon abgehandelt. Also bleibt uns eigentlich nur mal unser Film des Jahres. Ja. Und ich hoffe, denke, glaube, bin davon überzeugt, dass wir beide den gleichen gewählt haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist… Sags? Der Joker. Natürlich, es ist der Joker. Ja. Und das war in dem Moment schon klar irgendwie, weil es da nichts mehr kommen kann. Nein. Also wir haben, wir haben, wir sind damals aus dem Joker raus und waren wir ja dem Podcast der Episode, such, 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 ist noch nicht so lange her, R45 entnehmen könnt, waren sehr, sehr angetan. Ja. Und ich glaube, das war, ich sage sowas ungern oder selten verfrüht, aber wir gingen da raus und sagen, das ist Film des Jahres. Ja, ich sage es auch. Immer noch. Also immer noch. Kam auch nichts mehr nach. Nee, egal, was wir jetzt auch nachgeschaut haben. Ich fand, naja, ich fand Le Mans 66 oder Ford vs. Ferrari war ein verdammt starker Film. Ja, war so. Also das war dann auch nochmal ein Highlight, definitiv. Episode 46. Aber mit Joker, also Joker liegt mir persönlich einfach mehr, uns beiden mehr. Ja. Also beides verdammt starke Filme noch, die wir zuletzt gesehen haben, aber Joker ist für uns ein absolutes Highlight. Und für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, weißt du, wann der rauskommt? Im März erst. Leider. Müsst ihr noch ein bisschen warten, aber das Warten lohnt sich. Gehört zu, für mich, einer der besten DC-Verfilmungen, wo es gibt. Ganz großes Highlight. Joker. Freue ich mich drauf, den nochmal sehen zu dürfen. Ja, ich auch. Und wo es eine Tour de Force ist. Ja, aber eine schöne. Ja, eine schöne. Eine schöne. Das müssen wir auch mal, also, ist auch nicht leicht. Nein. Nein. Dann würde ich sagen. Haben wir auch schon den Ausblick. Kommen wir zu einem Ausblick. Genau. Und zwar, der Film startet jetzt auch morgen in den deutschen Kinos, endlich. In Amerika ist es auch schon gestartet. Ganz viele Vorschuss, glaube ich, eingekriegt. Genau, viele, viele gute Kritiken bekommen und da freuen wir uns riesig. Ein Ensemble-Film, da spielt, glaube ich, echt jeder mit, wo man irgendwie nur... Ein Who Done It. Genau. Ein Krimi. Ein Krimi-Film und zwar ist es Knives Out. Knives Out. Auch das ganze Ensemble viel Spaß hatte, was man so liest. Der Trailer macht unglaublich Lust auf diesen Film. Egal welcher Trailer, wir haben schon viele gesehen. Es spielt dann haufenweise Leute mit, die man kennt. Von Daniel Craig über Chris Evans, über Toni Collette, über Jamie Lee Curtis. Christopher Plummer? Christopher Plummer. Genau. Also wirklich ein Arschvoller, Leute. Ja, und es ist so, es scheint eine Krimi, ein Krimi-typischer, spielt in dem Haus, so Agatha Christie-mäßig. Ich glaube, der wird richtig cool. Hat, ich weiß nicht, irgendwie fast schon, also hohe 90er-Bewertung auf Meta und Rotten Tomatoes. Genau, und den schauen wir uns am Wochenende an. Und wir werden voraussichtlich dann Anfang nächster Woche drüber podcasten. Ja, genau. Ja, denke ich. So ist der Plan. So ist der Plan. Und ansonsten. Freuen wir uns auf dieses Kinojahr? Schon, oder? Also es gibt viele Sachen, wo wir jetzt schon gesehen haben. Ja. Und wo wir uns drauf freuen. Also ich natürlich freue mich auf jedes Kinojahr, was natürlich immer wieder die Chance birgt, wieder Perlen hervorzutun. Egal wie viele oder wenige Filme wir sehen werden, wir als alte Filmnerds freuen uns auch wieder auf das Serienjahr. Also es ist eh unglaublich. Man denkt sich ja immer wieder, wie kann man das nur toppen? Ja, man sieht ja ein Highlight nach dem nächsten. Eins davon wollen wir euch gleich nochmal empfehlen. Ja. Falls ihr die Möglichkeit habt und wir würden es euch wirklich ans Herz legen und wenn es nur ein einmonatiges Probeabo ist, um diese Serie zu gucken, schließt es ab, holt euch Sky Ticket. Absolut. Und guckt. Watchmen. Watchmen. Ja. Also ich habe ja so ein eher ambivalentes Verhältnis zu dem Original, also zu dem Comic. Film oder zu dem Comic? Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Okay. Also ich finde, Watchmen wird ja so als ganz großer Meilenstein in der Comicwelt, in der Geschichte der Graphic Novels gehandelt. Und kann ich verstehen, warum. Ich mag die Geschichte per se auch. Ich finde nur, dass sich der Comic, vor allem durch diese vielen Texteinstreuungen, die er halt drin hat, sehr zäh liest. Ja, also. Das ist aber auch meine Lesegewohnheiten. Ich bin ja jetzt nicht so, also ich lese schon auch gern Comics, aber ich habe nicht, ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe nicht viele gelesen. Ich hätte, glaube ich, schon gern auch viel mehr gelesen. Ich weiß aber, was du meinst, weil gerade gegen Ende, wenn jetzt diese ganzen Passagen mit dem, wo die Zeitungs, der Zeitungsmann mit dem Jungen und dieses Piraten, das ist ein Piraten-Geschichtiger. Ja, und es gibt halt immer wieder Auszüge aus der Biografie vom, wie ist der? Orschach? Nee, ja, der Orschach-Tagebuch sowieso, aber die Biografie von diesem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall gibt es immer ganz viel Text zwischendurch. Ja, ich weiß aber, dass du sehr… Ich mag die Geschichte als solche wirklich gerne. Ich finde auch, dass die Sex-Snyder-Verfilmung hand-, also werksgetreu ist, zum Guten wie zum Schlechten. Das muss man auch sagen, dass er sich… Sex-Snyder hat halt einfach keinen Sinn für Dramaturgie, hat er nicht, Punkt. Er kann zwar einfach gute… Also, er kann schöne Bilder schaffen. Schöne Bilder schaffen. Einfach hat Hand… Also, er beherrscht sein Handwerk, aber er hat kein Gespür für Dramaturgie. Null. Ja, das stimmt, weil ich habe… Keinen seiner Filme, wo mich so mitreißen würde. Ja. Aber, wie gesagt, es ist eine werksgetreue Comic-Verfilmung, die an den richtigen Stellen so ein bisschen was anders macht, aber sehr gut transportiert, was der Comic transportiert, sagen wir es mal so. Guckt euch den aber bitte vorher an. Das würde ich jedem empfehlen, der sich jetzt diese Serie anguckt. Einfach deswegen, weil sie halt einfach sehr viel Bezug nimmt, auch auf die Ereignisse des Comics respektive des Films. Eigentlich sogar mehr des Comics. Ja, also das… Gerade das Ende des Films ist ein bisschen anders als das Ende des Comics. Nicht in seiner Grundbotschaft, aber in der tatsächlichen Ausführung. Ich würde euch jetzt nicht unbedingt sagen, ihr müsst den Comic vorher lesen. Das schadet sich ja nicht. Aber ihr solltet vorher den Film zumindest gucken, um die Figuren zu kennen und die Ereignisse zu kennen. Macht euch was gefasst. Gerade der Directors Cut dauert, glaube ich, drei Stunden. Also der ist ziemlich lang. Aber Watchmen, die Serie ist einfach so unfassbar originell, so außergewöhnlich, da ist mal wieder so viel Talent zusammengekommen. Dass ich einfach nur in Ehrfurcht erstarrt bin, wie genial diese Serie ist. Ja, das stimmt. Und diese, also von Überblendungen angefangen, vom Cast… Ja, es ist halt auch sehr originell einfach auch inszeniert und das ist vor allem halt, gerade weil du auch gesagt hast, dass man den Film halt vorher sehen muss und es gibt halt wirklich so Episoden, wo du denkst, ja, aber das ist doch der und der. Ja, und dann denkst du so, ja, und dann wirst du dann auch einfach damit belohnt, weil du halt, weil du den Film vorher gesehen hast und du einfach eins und eins zusammenzählst. Aber er erklärt nicht viel und er lässt dich auch manchmal einfach… Hängen, ne? Ja, so einfach so, ja, das zeige ich, ich zeige dir das jetzt einfach noch nicht, es ist noch nicht so weit, die Geschichte ist noch nicht so weit, dass ich dir das jetzt erkläre oder dir zeige oder dass du weißt, um was es hier geht, also und ja, da muss man dann halt einfach sagen, da muss ich die nächste Folge halt sehen und dann, vielleicht wird es noch nicht ganz aufgeklärt, aber es ist wirklich sau, es ist wirklich auch sau spannend. Also es ist fordernd eben. Wahnsinnig geile Musik von Trent Reznor und Elvis, die von Nine Inch Nails, handwerklich gut gemacht, schauspielerisch gut gemacht, die Figuren, es ist, also es gibt nichts, was ich an der Serie nicht mag. Ja, das stimmt, das ist wirklich, also würde mir jetzt spontan nichts einfallen und wir haben jetzt gestern, nee, Montag, Montag war das Finale von Watchmen. Grandios, also es wird, das kann ich euch verraten, die ersten Folgen ist mir einfach so, what? Ja, einfach so eine Faszination für diese Welt, die einem da so weitestgehend ohne Erklärung hingeworfen wird, aber es entwirrt sich alles so langsam. Es macht, am Ende macht irgendwie alles Sinn und dann versteht man auch die Handlungsstränge plötzlich, entwirrt sich das und das ist so ein unglaublich befriedigendes Gefühl als Zuschauer, nicht am Anfang sofort alles erklärt zu bekommen, weil man sich eben klug vorkommt. Ja, das ist das, wo man als Zuschauer belohnt wird und sagt, ja, das habe ich mir gedacht, ach, das ist doch so, ach, das ist so. Ja, genau. Man hat so Dutzende von solchen Momenten, ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, fantastisch. Ihr seht, ihr hört, ich kann jetzt hier noch stundenlang Loblied draufsingen. Wie gesagt, guckt euch die Serie an, holt den Film nochmal nach, falls ihr ihn schon gesehen habt, und frischt das nochmal auf und dann geht in die Serie und habt echt viel, viel Vergnügen damit. Das lohnt sich. Absolut. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wir sind bei fast zwei Stunden. Ja, Wahnsinn. Dafür, dass wir schon so lange nichts mehr aufgenommen haben, ist das jetzt eine kleine Entschädigung. Wir müssen ja wieder irgendwie auf unseren Schnitt von einer Stunde 15 kommen. Ja, weil bei all der Begeisterung von Le Mans 66, der Podcast ging nicht so lange. Nee, das war ja auch eine... 47 Minuten, die ich gerade... Das war eine kompakte Angelegenheit, aber trotzdem waren wir ziemlich begeistert. Welches war deine Lieblings-Cut-Folge in diesem Jahr? Wow, meine Lieblings-Cut-Folge. Das ist echt schwierig, weil ich mir gar nicht so richtig merken kann immer, über was wir da konkret gesprochen haben. Also ich persönlich würde ja sagen, dass die beste Folge, die wir jeweils aufgenommen haben und vielleicht auch nur, weil die Erinnerung noch so frisch war, ist für mich immer noch der Joker. Weil wir es halt wirklich geschafft haben, in anderthalb Stunden, glaube ich, nur eine Stunde über diesen Film zu sprechen, ohne irgendwie zu spoilern. Also wir bilden uns jetzt mal ein, wir haben nicht gespoilert. Und ich glaube, wir haben das auch nicht. Und das ist, also das hat, glaube ich, noch keinen Film geschafft. Und deswegen war das einfach auch so im Nachgang einfach nochmal so toll, weil halt das auch ein Film selten einem sowas schenkt, die Möglichkeit, so über einen Film zu reden. Ja, also die Joker-Folge war sicher auch eines meiner Highlights, weil ich da einfach viel Spaß hatte dabei, mit dir drüber zu reden. Avengers Endgame ging mir ähnlich, weil es halt einfach auch eine Reise mit beinhaltet für uns. Ja, das stimmt. Und ansonsten mag ich natürlich unsere Serien-Eintwipfe ganz besonders gern. Ja, ich auch. Und ich muss einfach nochmal dazu sagen, so als Abschluss, ja, bei Avengers Endgame, auch beim zweiten Mal, ich habe wieder Rotz und Wasser geheult. Ja, hilft nichts. Für alle, die es interessiert. Hilft nichts. Ich freue mich auch schon, mit meinem Töchterchen da anzukommen an diesem Punkt. Die nächste Filme auf unserer Reise ist Age of Ultron. Den sind wir immerhin schon beim roten Avengers angekommen. Nun denn, ja, dann entlassen wir euch ins frische neue Jahr. Ja, wir danken euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und zwar nicht nur für dieses Zuhören, also dieser Episode, sondern natürlich auch für das Zuhören aller Vorangegangenen. Wir machen das ja eigentlich hauptsächlich aus Spaß an der Sache, weil wir einfach Spaß daraus ziehen, uns über diese Filme zu unterhalten, was deswegen ja auch unser Ansatz, möglichst frisch aus dem Kino diese Aufnahmen zu machen, weil es halt einfach eines unserer absolut liebsten Hobbys ist. Ja, das stimmt. Und ich hoffe, das hört man hin und wieder auch raus, dass diese Begeisterung für das Medium, Film und TV-Serien, was es uns halt auch gibt, dass es halt einer unserer liebsten Zeitvertreiber ist. Und wenn ihr uns da draußen hört, dann hoffen, denken wir, dass ihr diese Leidenschaften mit uns teilt. Absolut. Und ja, das heißt, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch im neuen Jahr Rückmeldungen geben würdet, was euch gefällt, vielleicht auch, was euch nicht so gefällt, was wir anders besser machen können. Auch dafür sind wir natürlich offen. Am besten ist natürlich, ihr erzählt euren Freunden von uns, falls euch das gefällt, was ihr hört. Oder ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt natürlich diese und jede andere Folge direkt kommentieren. Oder uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Ihr könnt auch über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Aber was mich echt mal freuen würde, wäre, wenn wir bei iTunes halt echt so eine gute Bewertung mal hätten. Also wir haben vereinzelt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei CAD aussieht, aber wir haben vereinzelte iTunes-Bewertungen schon bekommen. Ja, aber ohne Kommentar zum Teil. Alle Links und das Problem bei iTunes ist halt, dass man iTunes haben muss. Also das heißt, für Nicht-Apple-User ist das halt unglaublich schwer. Das ärgert mich auch. Also ich kann ohne ein Apple-Gerät, ohne iTunes zu installieren auf meinem Windows-Computer, kann ich überhaupt nicht bewerten. Okay. Schade. Alle Links, die ihr braucht und die Hinweise dazu, also wie ihr uns kontaktieren oder bewerten könnt, findet ihr in den Show Notes dieser und aller anderen Episoden. Dann, wie gewohnt, im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf cut.exklamatio.de. Oder ihr hört uns über Spotify. Nein? Bei Spotify gibt es keine Show Notes. Achso, schade. Na gut, dann nicht über Spotify. Dann könnt ihr direkt auf cut.exklamatio.de gehen. Ja. Ja, da findet ihr alles. Also ihr Mäuse, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch und uns viele, viele tolle Filme und noch viel, viel mehr tolle Serien. Genau. Und wenn ihr irgendwelche Vorsätze habt, dann erfüllt sie, erfüllt sie nicht. Es ist okay, auch mal keine Vorsätze zu haben. Nehmt das neue Jahr einfach so, wie es ist, wie es kommt. Und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.